hallo hallo was geht denn ab ey hast du hast du deine neue kamera drinnen bitte du hast deine neue kamera drinnen ja ich dachte ich probiere die mal aus könnte sein dass die leicht asynchron ist ich hab's noch nicht raus wie ich das am besten mache bis jetzt geht's spann mal bizeps an okay gut ist alles scharf kann man sehen ist scharf dankeschön kann man machen ja hatte ich stelle ich muss das hier kurz noch ein richtung ein bisschen anders format als vorher ich möchte mal ein bisschen größer so hallo was geht hallo hallo chat chat das ist vladi vladi ist mein persönlicher trainer sozusagen also man könnte schon fast sagen dann der live coach wäre ein bisschen über griffig aber ich glaube man könnte sagen ja personal trainer ja doch online coach personal online coach okay wie immer zu jeder runde weil es ja auch immer wieder neue menschen gibt die dich eventuell noch nicht kennen was qualifiziert dich denn dazu dass du überhaupt diesbezüglich was sagen kannst in kurzform in zwei sätzen schaffst du das in zwei sätzen ja ja ich bin gespannt also ich habe eine fitness trainer a lizenz mit der ich dazu qualifiziert bin alles was sport und ernährung angeht zu behandeln und menschen diesbezüglich halt zu helfen sich gesundheitlich zu verbessern tatsächlich zwei sätze ich bin aus dem haus junger also ja wir werden heute haben wir ja weil letzte woche hatten wir uns über ernährung unterhalten und letzte woche kam noch ein zwei fragen von zuschauern rein bezüglich der bewegung oder trainieren und ich glaube wir können ja mal anhand meines beispiels damit beginnen oder zumindest das mal anhand dieses beispiel erklären was wir dann eigentlich so gemacht haben die letzten wochen denn so so habe ich mir auch überlegt tatsächlich dass man dann den trainingsplan sozusagen mal vorzeigen könnte und anhand dessen könnte ich dann erklären was warum weshalb sie sind den trainingsplan habe ich gar nicht auf aber das könnte ich jetzt mal aufmachen ich muss muss gerade hier kurz mal der bild hier hinschieben damit ich dich auch angucken kann und dann öffne ich mal ganz kurz diesen trainingsplan gott haben wir viel geschrieben auf discord mit mir am arsch wo ist der denn der toll vorbereitet dass sie wieder weltklasse vorbereitet junge 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 ja damit du nicht suchen musst siehst du vladi hat wieder alles vladi hat wieder alles am start vladi hat wieder alles am start dann gehen wir das doch mal kurz durch so okay also vladi hat hier folgendes aufgemacht lasst euch lasst euch einfach mal berieseln okay ich werde das jetzt ich glaube wir haben in der anderen einstellung wo hatten wir das denn wir waren glaube ich hier yes und da ist vladi auch yes okay prima so denn er versucht doch mal so ein zwei schlaue worte diesbezüglich loszuwerden was du dir dabei gedacht hast also im grunde geht es einfach darum dass man gewisse grundübungen macht ja bestimmte bewegungen die sag ich mal im alltag oder die man beherrschen sollte ich habe jetzt keine hochkomplexen übungen reingenommen weil die in meinen augen teilweise irrelevant sind die aufteilung ja das ist so ich glaube da macht jeder nach nach seiner erfahrung ich fange gerne mit beinen an da mal klassisch kniebeuge mit reingenommen eine sehr gute übung für die gesamte beinmuskulatur hip thrust für alle die das nicht kennen im prinzip ist das eine art brücke die man dann macht dynamisch wir haben das mit einem widerstandsband ja da musste ich mir was einfallen lassen damit das mit einem widerstandsband funktioniert die ist eigentlich für alle die sehr viel im alltag sitzen optimal dadurch wird der hintern trainiert der sag ich mal durch das sitzen viel zu leiden hat und ja kraft dadurch auch unter anderem schwindet und die gesächsmuskulatur ist für viele viele bewegungen im alltag sehr relevant das heißt ja wenn der arsch zu schwach ist kann es passieren dass man dann auch rückenschmerzen bekommt unter anderem also vielleicht also die leute das vor kurz zu zu zeigen du legst dich halt mit nicht so hoch aber dass du dann halt dich auf legst mit dem rücken und dann das gesäß hoch drückt quasi aber nicht mal schön hoch ist stößt das becken richtung decke so gesehen und die schultern sind circa auf höhe der knie also so bettkante geht unter anderem wenn man das zu hause macht wenn man eine bank hat umso besser ich habe also ich sitze zum beispiel hier auf auf so ein ding auf dem geht das auch auf dem gymnastikball eine sehr gute übung weil die sehr einfach ist in der umsetzung man muss halt nur so ein bisschen verständnis gehabt haben aber verglichen jetzt mit mit kreuzheben ist die halt ja super einfach und kann ich echt nur jedem auf jeden fall ans herz legen ist auch für die sexqualität besser kann ich das auch ja das ja kann ich auch bestätigen ja da ist kommt mehr aus der hüfte richtig man lernt so die richtigen hüftbewegungen dadurch zu machen so das einmal zu den beinen und dann geht es weiter zum rücken rudern mit widerstandsband also wir haben sehr viel mit widerstandsbeinern trainiert warum weil die sehr günstig sind und die kannst du fast überall anbringen und ich glaube das kann der sie bestätigen die kannst du irgendwie an der tür festmachen mit dem richtigen tür anker die auch nichts kosten die bänder du kriegst ich glaube vier bänder kriegst du irgendwie für 60 euro in also in vier verschiedenen stärken und die reichen für die meisten sowieso rudern ist eine sehr gute bewegung weil dadurch gehen die schultern hinten zusammen also die schultern gehen dadurch hinten zusammen das heißt es sehr gut für die beweglichkeit vor allem wenn man den ganzen tag halt sitzt und den hier macht und auf einmal genau das gegenteil machen muss also eine sehr gute stärkungsübung für den rücken deshalb mit reingenommen facepuls für alle die das nicht kennen im prinzip zieht man ein band oder ein widerstand zum gesicht hin von der seite noch mal so gleiches spiel die schultern gehen dabei schön hinten zusammen auch sehr gut für die haltung auch sehr einfach in der umsetzung und die zeige ich die zeige ich wirklich wirklich gerne erst recht den menschen die halt viel sitzen müssen und durch das sitzen eventuell eine rundrückenhaltung bekommen wenn ich das einwerfen darf also ich habe bei mir für viele leute die das eventuell nicht wissen ich habe ja draußen in der garage also ich habe jetzt eine garage umgebaut zu einem fitnessraum aber die sachen wenn ihr euch dafür interessiert ich kann euch gerne zu den sachen links schicken ich habe so ein so ein türstopper quasi gab den man in die tür einklemmen konnte und dann konnte man sozusagen seine tür verwenden um diese übung zu machen also niemand muss sozusagen ins fitnessstudio gehen bei glaubt also ob man das glaubt oder nicht aber diese bänder die machen nicht tot also also günstig in anführungsstrichen ich selbst habe jetzt erstmal fitnessstudio pausiert ja einfach weil ich sag ich mal mehr erfahrungen machen möchte also ich weiß wie man sag ich mal zu hause trainiert aber ich habe das nie so richtig aktiv betrieben immer nur so ja not gezwungen not gedrungen und habe mich jetzt dazu entschlossen das aktiv zu hause zu machen und ich sag mal so ich bin auf einem recht fortgeschrittenen level was training angeht weil ich das schon ewig mache und selbst ich kann mich damit komplett töten also wenn man keinen bock aufs fitnessstudio hat muss man nicht ins fitnessstudio gehen krafttraining prinzipiell ja sehr gut fitnessstudio nicht notwendig also man kann locker vor allem als anfänger keine ahnung fünf jahre dort zu hause durch trainieren und ja permanent progress machen das ist gar kein problem das lässt sich sehr gut einrichten und ja die sie kann es bestätigen wir haben mit dem roten band angefangen das ist in der regel so das schwächste und selbst das haut schon einen aus den socken benutze ich heute übrigens immer noch also da da ist echt viel 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 potenzial und vor allem auch teilweise wirklich sehr günstig brust gut ich habe das jetzt nicht abgeändert also bankdrücken wäre so die grundübung die man für brust machen kann oder machen sollte ansonsten bei desi habe ich das halt eingetragen weil er schon trainiert hat er kennt bankdrücken er weiß was bankdrücken ist wenn jetzt jemand noch nicht mal weiß was das ist oder noch nie die übung gesehen hat der würde eher so eine ja der würde irgendwie in richtung liegestütze gehen weil liegestütze ja als vorstufe für bankdrücken gelten vor allem mögen viele die liegestütze weil man mit eigenem körpergewicht arbeitet und wenn man die richtig macht die liegestütze dann hauen die die brustmuskulation um die ohren also der kannst du kann man sich wirklich ja fertig machen wir haben anfangs mit einem teraband mit einem widerstandsband gemacht dann festgestellt dass es ja ja die muskulatur hat diese hat die muskulatur nicht so gespürt wie sie wie er sollte er hat den vorteil er haltet eine maschine dafür in seiner garage also sind wir auf die maschine umgestiegen vom prinzip her gleiche bewegung also er sitzt in der maschine und drückt nach vorne aber durch das sitzen und durch die rückenlehne die er hat kann man sich darauf konzentrieren die schultern hinten zusammenzuziehen so dass man die schulter muskulatur mehr oder weniger abschaltet und sich mehr auf die brustmuskulatur konzentriert mit bändern ist es wiederum ein bisschen schwieriger wenn man nichts hinter sich hat also das heißt man muss aus dem gefühl heraus lernen die schultern hinten zusammenzuhalten damit man die brust effektiv trainieren kann bei liegestützen geht es auch aber muss man sich ja die techniken angucken also liegestütze zum beispiel warum ich keine liegestütze mache ist wenn meine handgelenke danach übelst wehtun deswegen haben wir nach einer alternative gesucht aber auch das was blei gerade beschrieben hat kann man mit diesen türstopper mit einem türstopper und den bändern kannst du das halt auch einfach zu hause machen also dann kannst du halt hast du hinter die tür hast das eingeklemmt und kannst das halt so von der von der links wegschieben und war also was für mich halt zum beispiel nur um euch das zu erklären was bei mir halt am anfang super schwierig war ist die muskeln zu isolieren also die isolation im sinne von die richtige ausführung zu zu tätigen weil gerade wenn du bei der brust arbeit ist machst du oft diesen und schiebst die schultern halt übelst weit nach vorne aber das muss halt ja so aussehen und das ist super super schwierig so dazu gibt es den begriff muscle mind connection das heißt dass man vom kopf her die richtige muskulatur ansteuert dass man sich vorstellen kann oder dass man versteht welche muskulatur trainiert werden kann einfach noch mal was er gerade gezeigt hat um das zu sagen also die die brust wird trainiert wenn der oberarm sozusagen wenn die oberarme zueinander gehen also wenn die oberarme zusammengedrückt werden dann wird die brust angespannt wenn man jetzt aber den die schulter nach vorne schiebt dann ist diese spannung geringer dafür aber die spannung mehr auf der schulter und mit bändern kann man genauso wie bank drücken bank drücken wir halt diese ausführung also von der brust weg drücken kann man genauso man macht sie am stopper fest zum beispiel unterhalb der achseln durchführen dann kann man genauso die bänder nach vorne drücken ja funktioniert einwandfrei dabei ist halt wichtig dass die schultern eben hinten zusammen bleiben und das fällt manchen schwer zu kontrollieren wenn man aber jetzt sitzt und zum beispiel ein sitzpolster hinter sich hat fühlt man das man hat halt mehr gefühl in den schultern kann das eher kontrollieren und sich darauf konzentrieren diese eben hinten zu lassen wenn man mit wenn man irgendwie trainingspartner hat dann kann man was ich halt gerne gemacht habe um den leuten verständnis dafür zu zeigen ich habe eine hand zwischen die schulterblätter gelegt und habe gesagt klemm meine hand mit den schulterblättern ein also das ist auch eine sehr coole methode die ich gerne verwendet habe weil dann hat man so das gefühl dann stellt man fest okay jetzt spüre ich die hand die ist eingeklemmt jetzt drücke ich nach vorne die hand hinten ist immer noch eingeklemmt und wenn nicht dann weiß man alles gleich habe meine schultern mit zu sehr mit nach vorne genommen ansonsten so als tipp für alle die ellenbogen auf jeden fall unterhalb der schultern lassen sonst geht es zu sehr auf die schultern also sieht auch ungesund aus sage ich mal ja das heißt so in der variante wenn man von vorne guckt ist es wie so ein pfeil sollte das aussehen damit kann man schon ganz gut arbeiten ja das zu band drücken wie gesagt desi macht das an der maschine ja da bin ich glücklicher gut dann seine lieblingsübungen leck mich am arsch ich hasse schulterdrücken auch mit widerstandsband kann man sich so ich zeige es mal sitzend also im prinzip steht er auf dem widerstandsband widerstandsband für alle dies nicht wissen was damit gemeint ist oder nicht gesehen haben ich kann mal kurz zeigen also terra bänder kennen wahrscheinlich viele terra band hat halt ein ende und ein anfang und widerstandsband ist und in sich geschlossen system also manche nennen das auch loop ja das heißt man kann das irgendwo festmachen im prinzip wie ein terra band was zusammengeknotet wäre ohne ende ohne anfang und und da kann man sich darauf stellen und beim schulterdrücken würde das dann so aussehen man steht unten und drückt das sozusagen nach oben weg und da ist diese große fan von der liebt die übung gut für prinzipiell ja die schultermuskulatur also das drücken nach oben das ist auch eine von den grundübungen die man ja machen sollte trizeps wird ein bisschen mit trainiert da ist es wichtig wenn ihr die macht schultern möglichst unten lassen schultern etwas nach hinten ziehen und die ihr müsst euch vorstellen also schultermuskel das ist halt nur so ein kleinerer muskel hier da reicht ein ganz geringer widerstand um die schultermuskulatur richtig fertig zu machen also bei mir sieht das das ist ja die sechste übung glaube ich bei mir sieht das in der letzten wiederholung ungefähr so aus ungefähr so sieht das bei mir aus also da wackelt alles das geht gar nicht also dies cool aber es bedarf sehr viel überwindung und das ding bänder in die fresse zu kriegen ist nahezu unmöglich habe noch nicht einmal wenn dann die fresse gekriegt das habe ich tatsächlich auch noch nie erlebt also das das einzige wo ich so halb erlebt habe war man kann damit sehr geil klimmzüge machen also wenn jemand klimmzüge lernen möchte die kann man nämlich an der klimmzugstange oder die bänder kann man an der klimmzugstange festmachen und dann kann man mit dem fuß reingehen das heißt die nehmen teil des gewichtes weg und so kann man anfangen klimmzüge zu machen und dann nimmt man immer schwächeres band mit der zeit bis man dann irgendwann ja komplett ohne band machen kann wenn man jetzt das ziel hat klimmzüge zu lernen da kann es halt passieren wenn es irgendwie vom fuß weg rutscht also bei ja ich habe das mal bei einem mann beobachtet war nicht so angenehm aber der hat sich auch doof angestellt da ist ihm das halt ordentlich in die eier geschossen weil das vom fuß abgerutscht ist und inzwischen die beine geknallt ist ja war so mit das schlimmste was ich mit den bändern erlebt habe aber ansonsten ansonsten noch nie irgendwas diesbezüglich gesehen aber gibt bestimmt fälle ich meine ja kommt darauf an wie man sich halt anstellt ja das auf jeden fall einmal zu den schultern wer sich wer ganz cool ist macht einfach liegeschutz im handstand es wäre im prinzip das gleiche das ja ich in meinem zimmer traue ich mich das ehrlich gesagt nicht ach so jetzt kommt wieder die billigen ausreden weißt du jetzt könnt ihr wieder machen weißt du lieber alternator auf der auf der bühne früher aber ich weiß hier so ich weil ja aber ich will nicht meine mein 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 zimmer hier zu legen ist okay falls falls ich hinfliege dann hier ist wenig platz ich glaube ich habe das schon oft genug bewiesen dass ich es kann keine aus dem internet hat sie gesehen okay ja dann mache ich nachher und verlinkt ich und dann kannst du so zum thema bauch das ist mein augen so fast das schwierigste thema weil leute kommen immer an und wollen irgendwelche ultra krassen bauchübungen für keine ahnung und schlag mich tot und die haben das gesehen und dieses gesehen crunches ist eine der besten bauchübungen die eigentlich machen könnt crunches sind keine sit-ups weil viele sagen zu crunches sit-ups also um eine vorstellung zu haben sit-up ist wie der name schon sagt auf sitzen das heißt man geht mit dem oberkörper komplett nach oben unten crunch ist sozusagen eine bauch pressung in der regel macht man auch zum beispiel also um das besser zu kontrollieren macht man die beine erwinkelt man die beine an dadurch wird der hüftbeuger ausgeschaltet und dadurch trainiert man rein in den bauch die bewegung ist sehr klein das dann ja sieht dann so ungefähr aus also das heißt man das war schon das ist die gesamte bewegung ja das heißt man presst den bauch zusammen fertig man kommt gar nicht hoch selbst wenn man versucht eben weil der hüftbeuger ausgeschaltet ist der hüftbeuger wie der name schon sagt der macht halt diese bewegung ja und wenn man die beine von anfang an schon gebeugt hat ist er ausgeschaltet dann trainiert man rein in den bauch warum weil viele die dann den sit-up machen können den bauch nicht ansteuern steuern mehr den hüftbeuger an und sagen dazu ja ich kann aber 50 stück wenn man dann aber crunches zeigt und sagt mach mal die ist halt ja schluss mit lustig dann verstehen die oder dann merken die langsam den unterschied kann ich nur empfehlen ist eine sehr einfache übung und sehr effektiv im bauch die zweite bauchübung ist der plank mit armstrecken plank kennt wahrscheinlich jeder oder fast jeder also unterarmstütz und mit armstrecken heißt dass man abwechselnd während man im plank ist die arme nacheinander ausstreckt also dass man kurzzeitig sozusagen auf beiden füßen und auf einem arm das ganze hält sinn davon ist es also plank an sich ist gut weil man eine statische belastung für den bauch hatte so extrem gut für rumpfmuskulatur und durch das strecken der arme muss man immer wieder sozusagen einseitig mehr belasten oder man hat immer wieder einseitig eine etwas größere belastung für rumpfstabilität hammer geil also die mache ich selbst auch gerne die zeige ich sehr gerne für bauch so also crunches planks für den bauch für alle die jetzt irgendwie sagen was kann man für den bauch machen das sind sehr gute übungen also alle varianten irgendwie von planks alle varianten von crunches und übungen bei denen man die beine sozusagen zum körper in irgendeiner art ran zieht also es gibt wo man dann hängt und die beine hochhebt da muss man darauf achten dass man nicht einfach nur die beine hochhebt sondern dass das becken mit gedreht wird das heißt die beine gehen aus dem becken hoch ich habe jetzt nichts zum vorzeigen aber also wenn man jetzt hängen würde dass die beine nicht einfach den hier machen ja weil das bringt euch vom bauch nicht sondern während die beine hochgehen wird das becken nach nach hinten gekippt also sieht das dann so aus das becken gibt dann mit nach hinten dann trainierte richtig richtig schön den bauch alles andere ja ist halt so ein bisschen schnickschnack teilweise sehen die cool aus aber ob die effektiv sind ist jetzt fraglich einfach ausprobieren und schauen wo merkt ihr es wie merkt ihr es macht es euch überhaupt spaß also nicht jede übung ist für jeden geeignet oder nicht jede übung muss von jedem gemacht werden denken ist toll gerade am ende so das ist die vorletzte übung die macht immer meistens spaß da ja da da gibt es halt viele meinungen also ich zeig den bauch gerne zum schluss weil das ist aber jetzt meine persönliche erfahrung ja wenn jetzt zum beispiel kniebeuge gemacht werden und der bauch wird davor trainiert der bauch ist schon erschöpft und der bauch muss aber bei der kniebeuge sozusagen den die wirbelsäule stabilisieren ja ist halt finde ich so ein bisschen schwierig also wenn der bauch dann erschöpft ist und du die spannung vielleicht gar nicht im bauch aufbauen kannst könnte es passieren dass es vielleicht auf den rücken geht ja könnte auch sein dass das denken mittlerweile veraltet ist also ich habe da zumindest nichts aktuelles zu gelesen das ist jetzt die erfahrung die ich über die jahre selbst gemacht habe deswegen bauch einfach am ende des trainings oder wenn man jetzt kein training macht kann man bauch auch jeden tag trainieren bauch auf jeden fall sehr relevant und für alle die sagen ich habe rückenprobleme ich trainiere rücken trainiert bauch also sehr wahrscheinlich wird es eher zu schwache bauch sein als zu schwache unteren rücken weil wir im alltag sehr viel spannung auf dem unteren rücken haben so dass er in der regel stärker ist als der bauch und wenn man jetzt noch mehr unteren rücken trainiert dann wird es die schmerzen nicht unbedingt werden die rückenschmerzen davon nicht unbedingt weg gehen oder präventiv das ganze deswegen bauch auf jeden fall trainieren ich sage immer so 2 zu 1 mit zwei bauchübungen und eine übung für unteren rücken die in unserem fall der schwimmer ist ihr könnt euch das so vorstellen man liegt auf dem bauch und hebt diagonal die arme und beine an also wenn der linke arm sozusagen angehoben wird das rechte bein angehoben beides jeweils gestreckt und beim heben des arms wird der oberkörper mit gehoben dass die das auf dem unteren rücken halt spannung geht und das ganze dann im wechsel erkennt man vielleicht als superman wo man auf dem bauch liegt und dann oberkörper und die beine anhebt ich mache das so weil es ja ein bisschen was für die koordination ist für manche ist es ja manchmal schwierig sag ich mal abwechselnd linke linken arm und rechtes bein zu heben ja für viele fällt das er oder vielen fällt das er einfacher die gleiche seite anzuheben und andererseits hat man so eine leichte rotation im rücken nochmal ja also einfach für die beweglichkeit des rückens und das einmal so der trainingsplan sehr schlicht man muss jetzt nicht mit irgendwelchen extravaganten dingen da ankommen so ein trainingsplan ist sehr also sehr effektiv auf jeden fall tatsächlich wäre das schon so wer wäre so ein anfänger trainings bei vielleicht noch zwei drei sachen die man da abändern könnte für jemanden der tatsächlich noch nie sport gemacht hat oder noch nie krafttraining gemacht hat aber prinzipiell könnte man damit sehr gut fahren und ich denke mal du fährst auch sehr gut damit bisher hast auch guten progress gemacht also wir haben mit zwei sätzen angefangen jeweils 15 wiederholungen warum 15 wiederholungen oder bei 15 wiederholungen braucht man einfach etwas weniger gewicht und ja ich finde so für den einstieg ist es dann deutlich besser weil wenn jetzt jemand zum beispiel noch nie was gemacht hat und nimmt von anfang an extrem hohes gewicht also mit keiner nur fünf wiederholungen kann es passieren dass man eben gelenke bänder sonst was beschädigt das muss nicht sein deswegen etwas leichteres gewicht ist einfach sicherer und wenn man dann die bewegungs muster oder die bewegungen gelernt hat dann kann man auch langsam mal die wiederholungs zahlen bisschen runter schrauben und die gewichte anpassen das einmal so zu den wiederholungen ansonsten wenn es um muskelaufbau geht alles zwischen 6 und 20 wiederholungen könnt ihr ist eigentlich für muskelaufbau gedacht unter sechs wiederholungen geht schon eher richtung kraft das würde ich als anfänger vielleicht nicht probieren weil das sind sehr hohe gewichte alles was irgendwie über 20 geht geht dann so langsam richtung rehatraining also da müsste man um unfassbar viele wiederholungen machen damit es einen effekt bringt aber klassisch ist halt acht zwischen acht und zwölf ist sehr klassisch für muskelaufbau ist also von vom zeitaufwand und von dem effekt der kommt so wahrscheinlich das beste oder geht in die beste richtung aber ist wiederum individuell die ein trainieren gerne mit 15 die anderen trainieren gerne mit acht das muss man so ein bisschen für sich selbst ausprobieren was ich noch ja was ich glaube du wolltest das gerade sagen was ich noch sehr interessant finde ist dass man vielleicht mal über motorisierung spricht mobilisierung mobilisierung ich sag über motorisierung ja nächstes mal motorisieren wir ein bisschen sprit und dann los geht's ja mobilisierung kriegt leider zu wenig aufmerksamkeit finde ich hat aber viel zu geile effekte und kostet sehr wenig zeit mobilisieren kann man sich so vorstellen dass es geht einfach so ein bisschen die beweglichkeit der gelenke zu um die beweglichkeit der gelenke zu fördern weil nehmen wir mal jetzt eine sitzende tätigkeit das heißt man sitzt sehr viel macht man den hier ja die wirbelsäule ist aber viel mehr geschaffen als nur das hier zu machen die wirbelsäule kann überstreckt werden die wirbelsäule kann sich komplett beugen man kann sie drehen und das sind so mobilisierungs geschichten das heißt man bewegt im prinzip die gelenke über den gesamten bewegungsradius und geht dabei zum teil in so eine leichte dehnung also man dehnt sozusagen teilweise muskeln an also auch bei mausbewegung man sitzt den ganzen tag so und macht nur den hier das handgelenk kann aber hier eine komplette komplette rotation hier machen ja das kann das handgelenk und das lohnt sich auch vor jedem training zu machen einfach um die gelenke auf das training vorzubereiten und vor allem um die gelenke mit wichtigen nährstoffen zu versorgen weil ich mir vorstellen wenn man immer nur in einer statischen bewegung bleibt oder einen kleinen bewegungsradius bleibt dann wird ja das nicht das ganze gelenk mit flüssigkeit geschmiert und das wäre schade weil das bedeutet größeren verschleiß ja also deswegen mobilisieren einfach alle gelenke wir machen das so ja so eine viertel stunde ungefähr mobility workout da gibt es unzählige übungen die sind alle irgendwo gut vor allem wenn man kniebeuge machen möchte oder was wir zum beispiel festgestellt haben so eine leichte einschränkung in der hüftmobilität da habe ich mir ein paar übungen bzw eine extra übung noch mal überlegt wie die wir gemacht haben hüftmobilität ist etwas was sehr vielen fehlt tatsächlich also hüftmobilität sehr wichtig zu machen jetzt zu viel zu zeigen aber schultern zum beispiel und die zu mobilisieren könnte man einfach den kompletten arm kreisen ja immer in jede richtung immer schön langsam so zehn bis 15 wiederholungen handgelenke schon gezeigt kopf ist sehr wichtig weil wir machen vielleicht nur das hier den ganzen tag der kopf kann aber gebeugt werden der kopf kann überstreckt werden der kopf kann zur seite gucken hat nach auch nach oben unten oder man kreist den kopf komplett das kann präventiv genau für sowas sorgen ich empfehle also mobilisieren kann man halt mehrmals am tag machen wenn ihr merkt oder ist gerade so ein bisschen vor allem wenn man starr sitzt dann gewöhnt sich der körper an die position und dieses starre sitzen und dann kommen die probleme dann gibt es halt rundrücken hier oder irgendwie keine ahnung die schultern sind irgendwie nach oben gezogen und so weiter und so fort ihr müsst den gelenken einfach mehr ja freiraum geben ja schultern zum beispiel kreisen sehr geil vor allem für alle die irgendwie verspannten nacken verspannte schultern haben und so weiter wie gesagt das mit handgelenken auch einfach präventiv nun präventiv zu machen das ist schon so ein workout womit man beginnen kann also wenn ihr sagt oh nee ich habe keinen bock jetzt jeden tag eine stunde krafttraining zu machen macht jeden tag eine viertelstunde mobility ja nach vier wochen macht jeden stadt jeden tag halbe stunde mobility dann macht ihr zweimal am tag jeweils eine viertelstunde mobility weil in einer viertelstunde seit dem gesamten körper durch easy und ihr fühlt euch danach super was auch geil ist morgens nach dem aufstehen direkt das erste was sie macht viertelstunde mobilisieren hammer also ich schwöre darauf probiert es aus ihr werdet sehen richtig 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 gut mobility workout ist so der anfang das schmerzt wie hölle am anfang bei der way das kann durchaus sein dass die hölle am anfang vor allem ihr müsst vorstellen jetzt sitzen tätigkeit ist halt immer leicht zu beschreiben wenn jetzt den ganzen tag das hier macht ja also das hier dann ist das die natürliche haltung und jetzt müsst ihr auf einmal das hier machen das heißt für euch ist es dann nicht mehr die natürliche haltung deswegen fühlt sich das richtig beschissen an aber ich meine natürlich es gibt jetzt keine natürliche haltung in dem sinne aber der körper sollte in der lage sein hat sich so zu bewegen also der sollte sehr beweglich sein und wenn er nur das hier kann dann ist er nicht beweglich dann ist es einfach auf dauer schlecht sorgt für schmerzen es kann sogar für kopfschmerzen sorgen wenn die nacken muskulatur verspannt ist also das sind so viele prozesse könnte man wahrscheinlich keine andere drei bücher darüber schreiben aber wie gesagt es gibt nicht die perfekte haltung aber die beweglichkeit sollte einfach da sein einfach mal wenn man jetzt acht stunden sitzen muss zumindest jede stunde mal kurz aufstehen kurz mal durch bewegen mal ein bisschen gedreht bis in dies bis in das hinsetzen weitermachen wenn ihr mal jetzt acht stunden durch sitzt gewöhnt sich der körper an diese position und das wir einfach viel zu schade also unser körper kann so viel mehr wird aber nicht genutzt das zu mobility wenn ihr übungen wissen wollt ich habe jetzt keine speziellen gibt einfach auf youtube mobility workout entweder direkt gezielt für irgendwelche gelenke die ihr gerne wissen wollt oder allgemein schaut euch die übungen an probiert ausschaut was euch am besten gefällt allein für das hüftgelein gibt es wahrscheinlich 30 übungen und da wird für jeden vermutlich was dabei sein also wenn ihr ein bisschen was also wenn ihr ein bisschen was für eure gesundheit oder für körperliche gesundheit sagen wir mal so machen wollt mobility zumindest mit mobility beginnen kann ich euch auf jeden fall empfehlen ist sehr 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 gut das macht richtig spaß also von woche von woche eins wo wir angefangen haben zu woche fünf in der wir jetzt gerade sind das sind einfach irgendwie 50 50 welten dazwischen das ist richtig krass ja das ist halt mobility ist sehr schnell die verbesserung zu sehen man merkt sehr schnell wie wie der körper sich da anpasst ganz wichtig dazu wenn jemand bock hat das so vielleicht auch intensiver zu machen yoga hammer also yoga ist krass und ich habe vor paar wochen das erste mal beim yoga mitgemacht das hat mich voll aus dem leben gehauen weil das einfach ganz was ganz anderes ich habe noch nie im leben gemacht aber was auch so mobility angeht oder prinzipiell so beweglichkeit dehnung yoga hammergut kann ich nur empfehlen entweder selbst studium also da gibt es genug tutorials auch auf youtube oder mal in so einen kurs gehen anfänger kurs wenn man es nie gemacht hat sich das ganze mal anschauen ein bild davon machen extrem gut also kann ich euch nur empfehlen yoga ist so vor allem man kann sehr gut abschalten machen wir nächste woche yoga als die lobe ich kann kein yoga ehrlich gesagt ich habe mir überlegt mal anschein zu machen aber bisher kam ich nicht dazu ich da kann ich leider nicht helfen ich habe keine erfahrung mit yoga bis auf einen kurs den ich mal selbst mitgemacht habe aber vielleicht sollte man noch mal was zum dehnen sagen das ist ja auch nicht so unwichtig und gerade so auf muskelkater noch mal eingehen jo also denen empfiehlt sich im schluss oder zum schluss des trainings zu machen das ist auch so sehr breit gefächert also da gibt es sehr viel ich zeige eigentlich immer den übungen dort wo sozusagen probleme bestehen könnten oder probleme bestehen für alle die vielleicht denen irgendwie missverstanden haben das habe ich nämlich früher auch es gibt keine verkürzte muskulatur beim mann man dehnt dabei nicht die verkürzte muskulatur muss vorstellen wenn die muskulatur verkürzt dann ja dann geht halt nicht also es gibt tests wo jemand der zum beispiel in ohnmacht gefallen ist komplette beweglichkeit hat die muskulatur ist dabei eher verspannt das heißt beim denen versucht man diese verspannungen zu lösen da gibt es einerseits das klassische dehnen also nehmen wir mal an jetzt leute die viel sitzen bei denen kann es passieren dass die brustmuskulatur verspannt deswegen fallen die vorne ein also lohnt es sich die brustmuskulatur zu dehnen dazu kann man irgendwo an der wand den arm anlehnen und sozusagen sich in die in die andere richtung drehen so dass es hier in der brust zieht ja das einmal so zur brustmuskulatur dehnen dann gibt es noch die möglichkeit es gibt hier solche geschichten die meisten kennen das unter black roll im prinzip ist es eine faszienrolle damit kann man das auch so bisschen die verspannungen lösen ansonsten ganz klassisch geht zur massage das durch mal ein bisschen durchkneten wenn wenn das geht ja wie gesagt den muss man gucken wo ist das wo wo liegen die probleme und da dementsprechend darauf eingehen die die viel sitzen da lohnt es sich eben brustmuskulatur zu dehnen ansonsten die die viel sitzen da lohnt es sich den hüftbeuger zu dehnen das ist ja also auch immer ganz also wenn man sitzt macht man den hier und der hüftbeuger der läuft sozusagen hier vom oberschenkel und ja setzt da hinten am rücken an also in der position ist er sozusagen verspannt wenn man jetzt aufsteht dann zieht der hüftbeuger am unteren rücken und dann geht man ins hohlkreuz sorgt für rückenschmerzen hüftbeuger kann man durch so eine art ausfallschritte denen da kann es gerade nicht vorzeigen einfach mal einfach mal googeln oder auf youtube gehen und eingeben hüftbeuger also dehnung für hüftbeuger zum beispiel das lohnt sich unterer rücken lohnt sich also hüftbeuger und unterer rücken hängen sozusagen zusammen die beiden oder dafür die den übungen zu machen lohnt sich definitiv und gesagt brustmuskulatur wenn man schon merkt dass man irgendwie ein rundrücken hat das so zu den dehnübungen also da würde ich halt darauf eingehen wo die problematik liegt außer man hat die zeit dann kann man natürlich jede muskulatur dehn muskelkater ist glaube ich auch noch so ein ding das sollte man eventuell auch mal ansprechen spezifisch oder ja na ich hatte also die ich glaube so grundsätzlich herstellen wir der der glaube dass wenn man muskelkater hat dass das gut ist und vielleicht so ja also das ist bullshit muskelkater ist kein indiz für gutes training ich meine ja für den kopf es fühlt sich halt teilweise geil an so oh geil ich habe muskelkater gemacht ich habe es hat sich was getan ist aber nicht relevant um muskuläre verbesserung zu haben also nur weil man kein muskelkater hat heißt es nicht dass man schlecht trainiert hat eher im gegenteil also leichter muskelkater okay kann man noch tolerieren aber wenn der muskelkater so stark ist dass man in der bewegung eingeschränkt ist dann muss man so lange pausieren bis dieser weg ist ähm ich erkläre das immer so wenn man jetzt mit muskelkater oder mit starke muskelkater trainieren geht also wenn man jetzt eine wunde hat die ist gerade am verheilen und äh man fängt dann da irgendwie rum zu fingern und kratze ich das ab muss die von neu heilen und so ungefähr ist das auch wenn man starke muskelkater hat und dann geht man trainieren weil muskeln baut man nicht im training auf sondern in der regeneration regeneration ist das allerwichtigste das ist auch so wo leute ja ich gehe irgendwie jeden tag zwei stunden trainieren und ich denke mir nicht mal leistungssportler machen das also leistungssportler wissen wie wichtig regeneration ist warum musst du das machen du bist kein leistungssportler du hast einen job du hast irgendwie noch eine familie du lebst nicht mehr von dem sport aber machst mehr sport als ein leistungssportler der damit geld verdient ja deswegen immer auf die regeneration achten das ist sehr wichtig und deswegen wenn ihr merkt starker muskelkater ich kann irgendwie kaum die treppe steigen dann sollte man vielleicht nicht trainieren gehen dann sollte man mal länger abwarten und wenn der so ein bisschen ist okay und ob man den haben muss nein wenn man ganz neu mit einer bewegung anfängt ist es sehr wahrscheinlich dass man muskelkater haben wird also wenn man keine ahnung weiß nicht wenn man noch nie was gemacht hat und zum yoga geht hat man am nächsten tag wahrscheinlich muskelkater obwohl yoga eher nicht so die kraft sportart ist je nachdem welches yoga aber nur so als vergleich oder wenn man jetzt keine ahnung noch nie im leben liegestütze gemacht hat und macht jetzt zehn liegestütze zehn liegestütze einfach kann schon passieren dass man am nächsten tag muskelkater hat das ist normal wie gesagt jede neue bewegung führt dazu da dann einfach ein bisschen abwarten bis der muskelkater eben weg ist um auf wenn man auf nummer sicher gehen möchte ansonsten irgendwann wenn man erfahrung hat und gefühl hat kann man abschätzen kann ich jetzt trainieren oder kann ich eben nicht trainieren ich hoffe dass wir ja so zum muskelkater ja auch wenn man den schon hat spazieren gehen spazieren gehen vielleicht ein heißes bad nehmen also wenn man den schon hat kriegt man den nicht mehr weg man kann vielleicht ein bisschen vorbeugend also nach dem training mal ein heißes bad oder im training vielleicht in die sauna sagt man ich bin kein saunagänger ich kann es jetzt nicht bezeugen oder irgendwie nicht bezeugen aber man sagt so wärme soll gar nicht mal so schlecht sein direkt nach dem training um da muskelkater vorzubeugen ja normal ernähren und auf jeden fall genügend schlaf also wenn man irgendwie nach dem training fünf stunden gepennt hat dann ist der muskelkater vermutlich wahrscheinlicher als wenn man nach dem training acht bis neun stunden gepennt hat ja das dazu ok irgendwas vergessen irgendwas noch zu erwähnen hast du vielleicht die rpe skala die ich dahin geschrieben habe ah stimmt weil die so fett grün ist vielleicht hat jemand so gedacht was ist das ja lois die rpe skala im prinzip geht es darum die einschätzung wie man die gewichte oder die intensität im training bestimmt ich habe mich da ein bisschen verwehrt also es gibt eine andere skala es gibt eine also bei der rpe skala ist wie so eine bewertung von 1 bis 10 das heißt 10 ist muskelversagen also man schafft keine weitere wiederholung 9 man hat eine wiederholung reserve acht man hat zwei wiederholung reserve und so weiter und so fort und dann gibt es noch die r r r r r r r r r skala so die besagt wie viel wiederholungen also die besagt im prinzip das was beim muskelversagen hier auf der rechten seite steht die ist ein bisschen leichter zu zu sagen ich mal behandeln da geht es wirklich nur um die wiederholung in reserve und das heißt r r 1 heißt man hat eine wiederholung reserve und da muss man darauf achten als anfänger irgendwo fünf und sechs also beziehungsweise vier und fünf wiederholungen in reserve haben als anfänger reserve heißt man macht jetzt einen satz mit zehn wiederholungen hat zehn wiederholungen gemacht rein theoretisch würde man noch ungefähr vier bis fünf wiederholungen schaffen macht ja aber nicht das reicht trotzdem vollkommen für den muskelaufbau aus als erst etwas erfahrenerer mensch sollte man dann irgendwo ja zwischen ja so eins und zwei wiederholungen in reserve haben teilweise sogar bis zum muskelversagen zu gehen aber das würde ich dann sagen so ab ungefähr drei jahren trainings erfahrung würde ich da so in die richtung gehen zwei jahre trainings erfahrung so in den dreh muss man ein bisschen auf dem körper hören ich würde nur ja kommt natürlich so ein bisschen auf den tag an also man sollte bedenken dass man über die zeit immer wieder ein progresse hat sobald man also wenn man kein progresse hat und immer das gleiche macht wird nichts mehr passieren dann ist es nur noch dann ist es nur noch ja so ein bisschen erhaltungstraining ein bisschen was für die gesundheit hat ein bisschen was für die gesundheit will man sich steigern muss man progresse haben deswegen kann man sich an dieser skala da richten und da immer gucken dass man zum beispiel gewichte steigert wiederholung kann man steigern mit dem gleichen gewicht und so weiter und so fort aber da gehen wir glaube ich gleich noch mal genauer darauf ein dann kann ich das anhand eines trainingsplans erklären aber wie gesagt die skala besagt einfach nur wie schwer trainiert man und das ist sehr subjektiv also da muss man den körper ein bisschen kennen mal so zwischendurch eingeworfen chat eure fragen behaltet die mal im hinterkopf wir machen am ende meistens noch eine fragerunde da könnt ihr dann eure sachen reinschmeißen weil das zwischendurch immer ich möchte vladi nicht alle zwei minuten unterbrechen und cool man danke schön für deinen rate und eure unterstützung und in diesem sinne sage ich jetzt ich bin weg ja alles gut also das einmal nur zu der skala falls ihr euch gefragt habt was steht da wie gesagt da habe ich mich ein bisschen verwählt ich habe einfach die skalen es ist nicht schlimm ich habe die einfach nur verwechselt also die eine ist mit der rr skala ist ein bisschen einfacher zu rechnen dann sagt man nur okay eine wiederholung reserve ja das heißt wenn jetzt immer trainiert und wie viel letztlich noch geschafft ja zwei vielleicht alles klar dann rr 2 rpe wäre das 8 ist einfach nur vom denken her ein bisschen einfacher mit der rr skala ansonsten gibt es halt die möglichkeit dass man von einem wiederholungs max ausgeht also dass man eine übung mit einer wiederholung beschießt mit so einem gewicht dass man auch nur die eine wiederholung schafft trainiert man jetzt zu hause ist nicht mehr möglich ja und dann kann man sich darauf beziehen dann sagt man okay muskelaufbau irgendwie ab 30 prozent von ein eine wiederholungs max also wenn man jetzt beim bankdrücken 100 kilo gedrückt hat dann nimmt man 30 kilo trainiert mit 30 kilo so lange bis man nur noch eine wiederholung zum beispiel reserve hat dann hat man sehr guten arbeitssatz der tatsächlich aus dem muskelaufbau bringt wer nur bei ja bei 30 prozent muss man dann unendlich viele wiederholungen machen gut dann würde ich sagen gehen wir mal kurz die steigerung durch wie ich das zumindest gestaltet habe also woche eins haben wir sie begonnen zwei einheiten wir haben prinzipiell nur zwei einheiten pro woche oder war für zwei einheiten angesetzt das war jetzt mal mal so mal so du hast mal drei gemacht mal hast du nur eine gemacht ne was meinst du von den trainingseinheiten pro woche ne ich habe noch nie drei gemacht ah ok gut ich habe immer ich habe immer zwei immer zwei habe ich gemacht alles klar gut dann passt das dann habe ich es falsch verstanden gehabt auf jeden fall mit zwei trainingseinheiten pro woche haben angefangen als ganzkörperplan das reicht für die meisten wahrscheinlich schon aus anfänger erst recht als etwas geübter würde ich vielleicht auf drei einheiten steigern will man richtig viel trainieren oder hat man richtig viel zeit dann kann man das ganze aufteilen vielleicht hat schon jemand so von split programmen gehört dass man dann zum beispiel sagt ich trainiere jetzt einen tag nur den oberkörper und einen anderen tag trainiere ich den unterkörper dann sollte man mindestens viermal die woche trainieren also dass ihr versteht jeder muskel sollte mindestens zweimal die woche trainiert werden damit der effekt halt sehr gut ist und nicht diese typische bro splits das heißt dreier split montag brust mittwoch rücken freitag beine oder wenn überhaupt beine bei den gym bros ist das so eine sache beine zu trainieren aber aber zum beispiel aber wenn man das wenn man so ein bro split macht dann hat man am montag brust trainiert als beispiel das ist so sehr klassisch monday international chest day sagt man dann hat man keine ahnung 20 sätze für brust gemacht und wahrscheinlich sind mindestens zehn davon für die katz also ihr habt einfach sozusagen zehn sätze nur für die ermüdung trainiert die euch gar keinen effekt im training bringt deswegen wäre sinnvoll das aufzuteilen und an zwei tagen jeweils zehn sätze für die brust zu machen das zu den sätzen sage ich noch mal am ende was zu also wie was da halt sinn macht aber nur dass ihr es versteht weil viele so ja aber keine ahnung irgendein krasser bodybuilder auf youtube hat das und das gesagt und bro split empfohlen oder fünfer split empfohlen dass man an fünf tagen jeweils nur eine einzige muskelgruppe trainiert ist halt ja für den trifft funktioniert es auch aber wer weiß was da alles in seinem körper für substanzen hat ja bei denen bei denen für die ist noch mal eine ganz andere welt wenn da so ein so ein keine ahnung so ein 18 jähriger der gerade anfängt zu trainieren kommt und macht so ein fünfer split der macht das zwei wochen und dann schau dann hat sich das für ihn erledigt mit dem training ganz körper sehr gut ich trainiere selbst ganz körper kann man weil dann trainiert man jeden muskel sozusagen dreimal die woche oder wenn man es ganz genau nehmen will kann man eine woche dreimal die andere woche viermal ja immer mit ein paar ein tag pause dazwischen wir haben oder ich habe mich hier für ganz körper entschieden weil zwei wochen zwei trainings die woche mit zwei sätzen einfach für den einstieg das reicht vom volumen her oder von den sätzen her vollkommen aus wir hatten auch eine steigerung die steigerung habe ich so gemacht ich habe hier ein bisschen entspannter die steigerung gemacht normalerweise würde ich versuchen irgendwie von woche zu woche zu steigern wir haben jetzt in der dritten woche die erste steigerung gehabt und zwar habe ich bei ausgewählten übungen noch mal ein extra satz gemacht habe ich einfach beobachtet welche übungen funktionieren gut ja welche übungen klappen sehr gut und dementsprechend bin ich da individuell auf diese übungen eingegangen habe gesagt da können wir steigern weil die sind von der ausführung sehr gut bei den anderen vielleicht erst mal noch mal mit dem mit dem niedrigeren volumen trainieren einfach noch mal um die beweglichkeit bisschen oder die bewegungsmuster zu lernen bevor wir das steigern ja das heißt wir haben ab der dritten woche schon mal erhöhtes volumen das war der progress und ab der fünften woche haben wir glaube ich alle auf drei sätze umgestellt oder kannst du mal scrollen bitte twitch prime ist ja twitch prime ist kostenlos wir sind in der fünften woche sind wir hoch richtig da sind wir jetzt komplett hochgegangen das wird jetzt die die woche durchgezogen eine einheit hast ja noch und nächste woche gibt es eine die laut woche da gehen wir auf 22 sätze wieder runter warum weil der körper nicht ohne ende steigern kann irgendwann kommt der punkt wo der körper stagniert und wenn man über diesen punkt hinaus trainiert dann kann es passieren dass er den körper komplett zerlegt dann kommt ein infekt also der körper holt sich so oder so seine pause die er braucht die lot ist eigentlich nur eine ja so eine erholungspause für die muskulatur die muskulatur das ganze zentrale nervensystem müssen arbeiten die brauchen irgendwann erholung das kann man gezielt durch eine die laut woche machen da geht man so auf ungefähr 50 bis 60 prozent des eigentlichen trainings runter in irgendeiner form also da gibt es jetzt viele möglichkeiten man kann das gewicht reduzieren ja auf zum beispiel 60 prozent man kann die sätze reduzieren man kann die wiederholungen reduzieren also immer irgendeine variabel davon reduzieren man kann rein theoretisch auch komplett die woche auslassen würde ich jetzt nicht zu empfehlen einfach für die bewegung dass man so ein bisschen im flow bleibt und einfach dass man die ja der training weglassen sind auch sind dann auch kalorien die nicht mehr verbrannt werden also würde ich nicht empfehlen deswegen eher die laut einfach eine woche entspannt trainieren macht man ungefähr so alle fünf bis sechs wochen macht man eine woche die laut und dann trainiert man wieder fängt man mit kleinerem volumen zum beispiel an und steigert das volumen bis zur woche sechs weil wenn man jetzt mit dem höchsten volumen was man ab kann sechs wochen am stück trainiert haut das eine richtig aus den socken ist wiederum individuell der eine ist so der andere so manche können mehr volumen manche weniger das muss man später wenn man irgendwann gefühl dafür hat selbst bestimmen dann kann man keine ahnung der eine kann dann vielleicht acht wochen durchziehen bevor ein die laut macht man ich können vielleicht drei monate durchziehen aber es ist auf jeden fall klar dass irgendwann wenn man keine die los macht und sich permanent steigert irgendwann man stagniert und irgendwann hautzeit einen um ich rede da selbst aus erfahrung ich habe dann gesteigert gesteigert zack zwei wochen erkältung körper hat gesagt jetzt holst du dir die also jetzt hole ich mir die pause jetzt hast du keine entscheidung mehr und lieber dann gezielt die laut einführen anstatt zwei wochen komplett flach zu liegen gar nichts zu machen ja vor allem für uns so mit männergrippe ist dann immer so klar knapp nah an dem tod muss man aufpassen ja die männergrippe dann wird die mutter angerufen bring mir suppe ich habe nur noch einen tag zu leben und dann ist halt ganz schwierig also schön auf jeden fall sehr ernst zu nehmen schön schön wär's ich weiß nicht weil ich das letzte mal krank war kann ich ganz kurz noch auf die frage eingehen woran erkenne ich dass wenn ich einen deload brauche du fühlst dich halt richtig beschissen also du wirst dich also das ist wahrscheinlich schon zu spät du bist man fühlt sich erschöpft und wenn man dann noch drüber hinausgeht dann kommt man in so eine art übertraining nennt sich das phänomen da ist der körper halt richtig am arsch ansonsten ja ansonsten wenn wie gesagt wenn dann auf einmal die erkältung kommt kann es passieren dass es dadurch vorgekommen ist einfach an diese sechs wochen regel halten dann ist die wahrscheinlichkeit viel geringer dass man da irgendwie auf die zeichen achten muss du wirst ja es ist halt jeder jeder hat so seine eigenen merkmal ich merke einfach ich werde zum beispiel müde ich merke ich werde so träge ich habe weniger lust aufs training ich meine jetzt nicht den schweinehund bevor jetzt jemand sagt ich habe nie lust aufs training weil das kann ich mir vorstellen dass es direkt als kommentar kommt man 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 ist sozusagen also man ist richtig geil aufs training aber man will einfach nicht weil irgendwas nicht stimmt das sind so signale vom körper die man nicht ignorieren sollte es kann sein dass es vielleicht ein tag ist weil man schlechten tag hat wenn das aber eine längere zeit anhält und man merkt irgendwie fühle ich mich nicht so man kann sich im training gar nicht steigern man kann sich nicht motivieren dann sollte man vielleicht mal eine woche oder zwei wochen die laut machen mal eine pause einlegen und abgesehen davon ich garantiere euch wenn ihr nach dem die laut ins training geht ja also wenn alles gesundheitlich in ordnung ist und die geht nach dem die laut ins training werdet ihr nach dem die laut teilweise mehr schaffen als vor dem die laut ihr werdet so viel energie haben wie noch nie zuvor gefühlt man keine ahnung also ich hatte nach dem die dort teilweise steigerung einfach mal die gleiche übung aber zehn prozent mehr gewicht ich bin ja sehr geil also die laut man fühlt sich so ich habe nichts gemacht so ungefähr also vom vom sag ich mal vom kopf her aber nach dem die laut geil weil dann schafft man viel mehr also dann ist man hat man viel mehr power weil der körper sich mal ordentlich erholt hat das ist könnt ihr euch so vorstellen wenn irgendwie die ganze zeit schuften müssen und dann fahrt ihr mal eine woche entspannt in den urlaub kommt wieder seit energiegeladen bevor er natürlich den ersten tag wieder zur arbeit gegangen seid aber so und so ein erholungsurlaub für die muskulatur und vor allem für das zentrale nervensystem weil das wird mehr belastet dass die muskeln dann hatten jetzt ja quasi nächste woche urlaub theoretisch habe ich nächste woche urlaub ja so wie das jetzt so ungefähr richtig aber ich deine muskeln nicht du ich laufe ja trotzdem jeden tag das ist in ordnung also wenn man nicht mehr laufen übertreibt also wenn man jetzt nicht jeden tag irgendwie einen halben marathon läuft und jeden tag zu 20 bis 30 minuten joggen geht trotz des deloads oder das fahrrad fährt oder was auch immer ist völlig in ordnung fördert sogar die regeneration also sehr gut für das herz kreislauf system das kann man unabhängig voneinander betrachten man sollte nur nicht also man muss sich halt für eins entscheiden will ich meine ausdauer extrem steigern dann sollte man eher den fokus darauf legen will man aber kraft steigern muskulatur steigern sollte man den fokus darauf legen wenn man jetzt beides macht dann wird es schwierig also das wäre für den körper wahrscheinlich viel zu viel das ist wie wenn man versucht irgendwie zwei sprachen gleichzeitig zu lernen wird kann kann halt nach hinten losgehen also immer für eine sache entscheiden genauso wie was abnehmen zunehmen angeht da auch immer für eine sache entscheidend sind zwei verschiedene prozesse weil viele soll ich nehme ab und mache aus meinem fett sozusagen muskeln ja funktioniert nicht so nicht ganz das sind zwei verschiedene prozesse das ist wenn man von wie wenn man versucht aus bleigold zu machen das geht halt nicht ja das sind zwei ganz verschiedene sachen deswegen entscheidet euch für eine sache bei anfängern funktioniert tatsächlich sogar oder bei wieder einsteigern dass man sozusagen gleichzeitig körperfett verlieren kann und muskeln aufbauen kann also wenn jemand länger aus dem training raus ist hat muskeln verloren fängt oder und hat fett zugelegt fängt an wieder zu trainieren kann er halt fett verlieren und muskeln aufbauen das geht genauso bei anfängern bei fortgeschrittenen wird schwierig die müssen sich halt für eine sache entscheiden siehe jetzt vielleicht nicht das beste beispiel aber bei denen funktioniert so bodybuilder die haben immer ihre off season on season und in der off season wird halt gefuttert da wird versucht möglichst viel aufzubauen in der on season geht man dann sozusagen runter also die entscheiden sich immer für eine sache weil die sind so weit fortgeschritten da wird beides gleichzeitig vermutlich nicht funktionieren also zunehmen ist hart kann ich ein lied von singen ja aber abnehmen genauso es kommt immer darauf an wie die ausgangssituation ist wollen wir fragerunde machen also wenn jetzt ihr eure fragen habt nebelchen habe ich gelesen am ende schicke ich den link dazu also ich glaube ihr könnt eure fragen reinzimmern und dann gehen wir das ganze noch mal durch also ihr könnt ja sowohl mich als auch glaube ich wladimir fragen hast du zu den sätzen dass die leute einmal wissen was was also arbeitssätze es gibt halt aufwärmsätze und es gibt arbeitssätze aufwärmsätze man macht mit reduziertem gewicht zum beispiel die bewegung vor der eigentlichen übung spricht beim bankdrücken wenn man jetzt keine ahnung 50 60 kilo drückt macht man mal so zehn zwölf wiederholungen nur mit der stange die wird nicht zu den arbeitssätzen zählen das ist nur zum aufwärmen für die bewegung und von den arbeitssätzen her für fortgeschrittene sage ich erst mal 20 sätze pro muskelgruppe pro woche das ist so ungefähr das maximum also irgendwo zwischen 16 und 20 sätzen sollte man liegen das ist sehr gut und pro trainingseinheit sind das irgendwo zwischen sechs und zehn sätzen alles drüber hinaus nennt man junk volume also ja müllvolumen ist halt bringt nichts also es trainiert nur eure ermüdung aber nicht eure muskeln für anfänger reicht teilweise weniger also so fünf sätze pro trainingseinheit würde schon vollkommen ausreichen und irgendwo so zehn sätze pro woche pro also pro muskelgruppe ist es immer einfach dass ihr so paar zahlen kennt wie sollte man sich halt den trainingsplan oder wie kann man sich den trainingsplan selbst gestalten man kann halt um zu steigern fängt man zum beispiel mit sechs sätzen pro muskelgruppe an und dann von woche zu woche macht man einen satz mehr bis man maximal zehn sätze pro trainingseinheit hat und nicht mehr als 20 sätze pro woche so kann man steigern als anfänger eben bei fünf sätzen anfangen und so bis auf acht sätze ungefähr pro trainingseinheit steigern die mal daumen das muss man dann so ein bisschen abwägen auf dem körper hören ja vielleicht gibt es leute den reichen drei sätze pro muskelgruppe pro trainingseinheit vielleicht gibt es leute die können schon direkt mit sechs sieben sätzen anfangen ja jetzt können wir auf die fragen eingehen na dann feuer ich habe bei curls stechen im ellbogen kann das an zu wenig mobilität liegen kann also musste ausprobieren einfach mal davor bisschen ellenbogen mobilisieren ist ein bisschen ja schwierig also auf jeden fall arm beugen strecken ja einfach mehrmals arm eventuell so ein bisschen drehen wenn es nicht weg geht dann zum arzt gehen also es ist immer schwierig so ich habe schmerzen hier und da das sozusagen direkt aufs training zu beziehen ansonsten technik mal von einem trainer überprüfen lassen kann sein dass technisch vielleicht irgendwas verkehrt ist und wenn es gar nicht weg geht auf jeden fall zum arzt gehen abchecken und wenn der arzt sagt nichts mehr machen dann zum anderen arzt gehen das ist immer schwierig also nichts zu tun ist immer schwierig für dich aber ja außer man hat irgendwie was gebrochen und dann heißt es ja nichts machen ja okay aber wenn du musst du musst du für dich so ein bisschen abwägen lass das auf jeden fall vom trainer mal überprüfen kann ja sein dass die fall dass du eine falsche technik hast oder technisch einfach zu was zu verbessern ist wenn das denn die technik in ordnung ist dann mal mit also mobilisieren sowieso immer fort kannst du vor der übung direkt machen bisschen mobilisieren wenn dann immer noch nicht besser wird oder vielleicht sogar schlechter wird auf jeden fall zum arzt gehen abchecken lassen ich bin heute hier nur am rotieren auf den ganzen bildschirm okay let's go next ich gehe berufsbedingt briefe und paket zustelle 15 bis 20 kilometer am tag fünf tage die woche da ich nach der arbeit einfach nur platt bin fehlt mir die motivation mich noch an an sport zu machen mein oberkörper hätte dies aber nötig hast du ideen wie man das angehen kann ja gibt mehrere ansätze also einerseits kannst du probieren zum beispiel mit mobility zu beginnen und das vielleicht nicht nach der arbeit sondern wenn du aufstehst aber mal viertelstunde mobilisieren stehst halt viertel stunde früh auf das ist die eine sache was du auch machen kannst man muss von dem denken weg dass man direkt ganzes workout absolvieren muss du kannst nach deiner arbeit machst du eine übung machst du jeden tag eine andere übung es ist du musst halt so überlegen zehn liegestütze zum beispiel sind mehr als null liegestütze ja wenn du gar keine liegestütze machst du gar nichts für deine gesundheit getan machst du aber zehn liegestütze hast du zehn liegestütze für deine gesundheit getan du kannst auch über den tag so ein bisschen verteilen oder nach der arbeit du kommst nach der arbeit teil machst zehn liegestütze also jetzt auf liegestütze bezogen sollten jetzt nicht nur liegestütze natürlich sein hast du dann gegessen hast ein bisschen gechillt eine stunde später machst du vielleicht noch mal zehn du kannst das so ein bisschen einteilen du musst nicht direkt eine stunde oder zwei stunden workout absolvieren du wirst dann vor allem sobald du verbesserungen feststellst das ist so ein selbstläufer du wirst dann merken oh das hat mir jetzt gut getan ich habe jetzt fünf übungen in der ganzen woche gemacht jeden tag eine andere wochenende habe ich jetzt mal abgezogen und das hat mir voll gut getan jetzt mache ich jeden tag zwei übungen ja und dann nach ein paar wochen vielleicht drei übungen und dann okay jetzt mache ich mal dreimal die woche halbe stunde workout das kannst du so ungefähr gestalten das lässt also lässt sich gut einbringen weil wenn du überlegst du kommst nach der arbeit du bist zwar müde ja aber so 10 liegestütze easy das ist gar kein problem oder zehn kniebeuge oder zehn was auch immer so kannst du es machen und mobility auf jeden fall immer machen was was mir halt geholfen hat also ich meine ich mache jetzt bei weitem nicht so einen harten job wie du das mal davon abgesehen was mir halt wirklich extrem viel hilft ist einfach erstmal irgendwo anzufangen also richtig für mich ist es also zwei ich gehe immer 20 minuten laufen immer also egal wie im eimer ich bin ob morgens oder abends aber ich gehe immer 20 minuten laufen immer also keine ausreden wenn ich jetzt irgendwo anders bin gehe ich halt einfach spazieren so und was mir auch wirklich extrem viel hilft ist austausch von in anführungsstrichen schlechter nahrung gegen gute nahrung weil dadurch also bei mir ist es wirklich so ich werde erst müde um elf also was heißt immer elf so zwischen zehn und elf weil also mein körper ist fertig dass das weiß ich auch dass er fertig ist durch allen möglichen scheiß aber das hat mir auch geholfen vernünftiger über den tag zu kommen also wenn ich überlege wenn ich jetzt normal also gestern habe ich ultra beschissen geschlafen aber wenn ich heute jetzt mal normalen tag nehme ich stehe auf knall mir ein halben liter wasser in kopf gelaufen und mache mir dann vernünftig was zu essen also irgendwie so haferflocken mit obst und und ein paar nüssen und so dann ist mein körper halt einfach also ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll bei mir bei mir funktioniert das einfach besser weil der körper bessere grundstoffe bessere grundstoffe hat als als er sonst hat also wenn ein ganzer pizza und döner ist und so bist du sowieso müde dadurch weil dein körper halt damit beschäftigt ist dieses essen zu verarbeiten und da kannst du das halt so auch vorbeugen indem du halt andere sachen andere sachen einwirfst um das auch kurz mal mit was herr buschmann geschrieben man sind 20 minuten nicht ein bisschen wenig 20 minuten laufen ist besser als gar nicht laufen richtig das ist nämlich das ist wo die leute sozusagen anfangen eventuell falsch zu denken also ein bisschen zu tun oder ein schritt zu machen ist halt besser als null schritte zu machen so als beispiel ein schritt so ein schritt lohnt sich doch gar nicht ja kann sein aber ein schritt ist immer noch besser als null so muss man denken und das ist also das das ist halt wo wir auch die letzten male oft drüber gesprochen haben mein zeit das ist halt mein zeit also mein zeit ist extrem wichtig ihr könnt damit so fucking viel bewirken auch so dieses thema ernährung da auch also richtig wollte ich jetzt bestätigen da kann es auch dran liegen es kann sein dass nährstoffe fehlen deswegen bist du müde träge und wenn man jetzt tatsächlich den ganzen tag irgendwie döner futtert und einem die nährstoffe fehlen dann wird der körper sich eben beschweren wenn du jetzt aber keine ahnung alle zwei tage in döner ist und der rest der gesundheit besteht aus obst gemüse vollkornprodukte und so weiter und so fort also gute nährstoffquellen dann wird dieser eine döner untergehen das wird dein körper gar nicht bemerken ja das ist dann so viel für die seele ja man muss an am mindset arbeiten mindset ist sehr 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 wichtig allein schon die sache ja 20 minuten laufen ist doch wenig nein es ist mehr als null ja also 20 minuten jeden tag vor allem wenn du hochrechnen sie müssen hochrechnen jeden tag 20 minuten da sind wie gesagt wochenende ziehe ich ab das sind halt wochenende auch ok wochenende auch das sind dann 140 minuten das sind einfach über zwei stunden pro woche die man laufen gegangen ist und ich glaube die empfehlung ist irgendwo bei eine stunde anderthalb bin ich mir jetzt nicht mehr sicher also minimum sozusagen dass man pro woche machen sollte was ausdauertraining angeht oder sport allgemein glaube ich so müsst ihr rechnen an einem tag ist es vielleicht nicht viel genauso wie keine ahnung kalorien sparen oder kalorien ja leute vergessen dann ihre riegel oder sowas sondern also zwei in die sinkers riegel am tag das sind ich glaube 500 kalorien oder so die man einfach mal vergessen hat das sind halt kleinigkeiten die machen aber im endeffekt läppert sich das zusammen da dürft ihr ja wenn ich das auf jeden fall ja alles gut wenn ich das jetzt mal an meinem eigenen beispiel nehme ich habe jetzt seit gestern 27 kilo runter und ich gehe nur 20 minuten laufen nur ich habe sonst also ich fahre sim racing okay das verballert auch ein bisschen was logischerweise aber das sind nur 20 minuten das hat mir 27 kilo gebracht also es ist halt dieses ich glaube dass viele menschen und da würde ich glaube ich gleich mal noch die nächste frage hinterher schieben und die mal vorgreifen die kommt von verdienen aber wie bekomme ich ein gutes mindset das ist dieses ganze was wir auch letztes mal besprochen haben diese ganzen verbote und ich muss weil gesellschaftlich anerkannt muss ich eine stunde joggen gehen oder sowas ist nicht cool weil dadurch treibt ihr euch selber ihr müsst euch das immer so vorstellen wie wie bei einem kind also ein kind zum beispiel wenn du dem kind etwas gibst und du schmeißt ihm alles hin dann hat es irgendwann keinen bock mehr darauf weil er hat ja schon schon alles gehabt oder also er hat schon alles gehabt und hat dann irgendwann gar kein drive mehr dafür und bei euch wenn also was heißt bei euch bei den menschen die sich jetzt sagen das sind nur 20 minuten limitieren sie sich selber schon dass ich schlechte laune haben weil sie nur 20 minuten schaffen ich sage mir selber ich schaffe es jeden tag 20 minuten laufen zu gehen ziehe mir meine pushen an gehe in meinen in meine garage und laufe 20 minuten aber ich gehe jeden tag 20 minuten laufen und ich möchte auch selber von mir aus 20 minuten laufen gehen und ich möchte auch meinen körper ich möchte mir morgens haferflocken machen also gestern habe ich seit vier monaten das erste mal wieder eine pizza gegessen es war lecker es war schön aber ich möchte diese die für mich selber ich möchte diese nahrungsmittel gar nicht mehr so in dieser form und menge zu mir nehmen weil mir das persönlich nicht gut tut so und aber an der stelle wieder zurück mir geben 20 minuten ein besseres körpergefühl als morgens nur aufzustehen mir hierher zu kommen meine sachen zu machen und dann schlafen zu gehen also sind diese nur 20 minuten nicht nur sondern die sind perfekt weil die schaffe ich jeden tag das heißt ich habe jeden tag ein erfolgserlebnis ich habe auf der wagen erfolgserlebnis und dementsprechend habe ich mehr geschafft für mich in meinem kopf und mein körpergefühl als zu sagen nur um das jetzt aufzuhalten ich war nur 20 minuten laufen und so kommt halt für mich persönlich ein gutes mindset zusammen und das ist bei mir spielt sich das also mit bei mir spiegelt sich das überall wieder meine küche ist immer aufgeräumt mein badezimmer ist immer sauber meine wäsche ist immer gewaschen weil ich einfach genug kraft und kapazitäten habe nebenher trotz dessen dass das hier passiert um die sachen zu machen weil es mir ein gutes gefühl gibt also ich arbeite mehr mit einem realistischen belohnungssystem als mit den vor gesellschaftlichen vorgaben die dir gegeben werden mit entschuldigung dass ich das so oft sage aber nur 20 minuten laufen gehen oder ohne jetzt macht nur zweimal den monat oder zweimal die woche training mit vladi bereich doch also ist das super ist auch was draus geworden ja man muss sich gut fühlen und ja man muss es halt genießen können also grundlegend zum thema mindset was sehr 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 geil ist stellt euch die frage warum ja ist eine sehr wichtige frage die wird sehr unterschätzt warum warum hat man das ziel nur weil die trolle irgendwo auf instagram geilen booty hat und man denkt sich ja ich brauche den auch weil die den hat das ist kein warum das ein beschissenes warum also nur so als beispiel stellt euch immer die frage warum wollt ihr euch sage ich mal verändern warum wollt ihr sport machen warum wollt ihr eure gesundheit eure ernährung verändern warum da müsst ihr halt die richtige antwort darauf finden damit könnt ihr euch selbst sehr gut motivieren andere geschichte viele leben ein mindset nach was andere eben vorleben und da muss man sich halt fragen möchte ich eine kopie sein oder möchte ich ein individuum in einem riesigen universum sein weil dann muss man auf sich selbst hören ja rede ich aus erfahrung früher habe ich zb viel trainiert so oh geil da war irgendwie so ein krasser krasser dude der halt schön trainiert war und ich dachte ich will das auch aber ich habe mich gar nicht gefragt warum ich das möchte dann habe ich festgestellt so muss ich so krass aussehen muss ich nicht ich mache sport also für mich ist zb mein mindset ich mache das weil ich im alter noch fit sein möchte ich möchte keine krankheiten haben die ich durch bewegung und gesunde ernährung vermeiden kann ich habe gestern war richtig geiles beispiel ich war gestern bei einem bodybuilder sehr cooler typ mit dem ich mich ein bisschen unterhalten hat hat gesagt ihr müsst euch so vorstellen man die meiste zeit des lebens verbringt man sozusagen in einem körper der sozusagen abbaut also man sagt ab 30 geht es dann so langsam bisschen runter wenn man nichts macht das heißt bis 15 ist man sozusagen noch mehr oder weniger kind ab 15 bis 30 hat man 15 jahre einen jungen stabilen gesunden körper und ab 30 geht es dann bis zum lebensende sozusagen immer bergab wenn man nichts macht und damit das eben nicht passiert also damit dieser junge körper oder stabiler körper erhalten bleibt sollte man eben an seiner gesundheit arbeiten weil wenn man überlegt 15 jahre gegen weiß ich nicht was ist die lebenserwartung ich gehe mal von 80 jahren aus also zwischen 30 und 80 jahren hat man 50 jahre wo man dann seinen körper wenn man nichts macht so einfach nur schädigt oder körper einfach nur abbaut ja und ja je nachdem welche ziele keine ahnung will man jetzt zum beispiel kinder haben wenn man enkelkinder haben so willst du dass die enkelkinder dich irgendwann im rollstuhl durch die gegend schieben oder willst du mit den enkelkindern noch im garten spielen es ist keine garantie das sollte jedem klar sein also nur wenn man jetzt sport macht und sich gesund ernährt heißt es noch lange nicht dass man keine krankheiten haben kann aber die wahrscheinlichkeit ist einfach viel geringer ja also ich habe keinen bock zum beispiel mit 60 dann künstliche hüfte zu bekommen wozu wenn ich mich aber bewege wenn ich mich gesund ernähre ist die wahrscheinlichkeit einfach viel geringer ihr müsst oder man sollte so präventiv denken und was diese letztes mal im stream gesagt hat ja der körper soll ein tempel sein und ich sage immer so willst du im wrack wohnen oder willst du in einem tempel oder einem schönen haus leben das muss man halt für sich entscheiden ist im schönen haus leben musst du es pflegen oder im tempel muss du pflegen willst du nicht pflegen wird zum wrack es fällt irgendwann zusammen so vielleicht dass man das bisschen so bildlich sich besser vorstellen kann also wenn man nichts macht wird es irgendwann zum wrack das wird eine bruchbude kann ich bestätigen ich kann das bestätigen ja ich habe bruchbude gehabt vor noch nicht allzu langer zeit also man kann renovieren man kann renovieren ja also es ist nie zu spät es ist halt was super wichtig ist glaube ich auch und dass ich spreche mal auch aus meiner eigenen erfahrung das ist gar nicht so schwer wie man sich das vorstellen man muss nur damit anfangen richtig fangt an und macht einfach auch wenn es nur nur ja nur weil jetzt die gesellschaft 10.000 schritte vorgibt und ich schafft macht 2000 schritte am tag es ist besser als null ihr müsst anfangen ihr müsst für euch entscheiden warum euch das wichtig ist warum ihr machen wollt ihr macht das nicht für jemanden es ist scheißegal wie irgendjemand auf instagram auf youtube aussieht das ist deren ziel und auch wenn die das so vorleben das heißt nicht dass es gesellschaftlich irgendwie weiß ich nicht dass es eine gesellschaftliche norm ist ja ihr müsst euch zufrieden fühlen und die leute die sagen so ich trainiere um irgendwie besser auszusehen oder besser anerkannt zu werden ihr werdet nur nicht gut anerkannt weil ihr euch selbst nicht anerkennt ja warum sollte ich jemand mögen wenn er wenn ihr dabei schon sozusagen versagt also ihr müsst auf jeden fall zufrieden sein ihr müsst es nicht für irgendjemanden machen und wenn ihr jetzt nicht irgendwie wie wie ein bodybuilder ausseht oder irgendwie so ein fitnessmodel dann ist es scheißegal wenn ihr euch in dem fall mögt reicht das doch vollkommen aus macht das für die gesundheit und ich sage immer als bonus oder als belohnung gibt es halt ein besseres aussehen ja macht euer sag ich mal selbstbewusstsein oder euer weltbild nicht vom aussehen abhängig macht macht euer leben sozusagen von eurer gesundheit abhängig weil ich habe gestern erst gelesen also menschen gesunde menschen wollen irgendwie geld schönen körper und sonst was und kranke menschen wollen nur eins gesund werden also einfach nur um zu verstehen wie wichtig gesundheit ist der influenza sind kein gift du arsch alter ich bin kein gift okay also viele machen es halt also viele könnten mit ihrer reichweite mehr anrichten als sie tatsächlich tun und sollten vielleicht besser aufklären was was desi macht so an dieser stelle er macht halt gut weil ich habe jetzt mitbekommen auch so auf insta et cetera dass viele dann motiviert sind dann angefangen haben sich irgendwie zu bewegen man der ernährung zu schrauben und so weiter und so fort das ist in meinen augen wie ein influenza halt handeln sollte sie würde auch keinen scheiß irgendwie verkaufen der oder irgendwie den leuten andrehen von dem er gar nicht überzeugt ist was er gar nicht selbst ausprobiert hat und dann kommt kommt halt irgend so ein dude dem ein krasses angebot gemacht wurde und bietet irgendwelche eiweiß produkte an die er wahrscheinlich nicht mal selbst konsumiert wo ich mir dann denke warum also nur weil es dir geld bringt ja gut okay weiß ich nicht also für mich ist dann unterm wert irgendwie verkaufen deswegen lasst euch da nicht beeinflussen ihr seid ihr seid euer bester influencer ihr müsst euch selbst beeinflussen in rakel ich gehe jeden tag laufen ja jeden außer an den trainingstern mit vladi da gehe ich nicht laufen ich habe auch für mich selber eine grundregel eingeführt wenn ich einen tag habe wo ich so richtig bock habe einfach mal rein zu scheißen und weiß nicht ich will den döner und eine pizza an dem tag essen weil ich mir keine verbot aufgelegt habe oder ich will ein halbes glas zum teller fressen dann gehe ich einfach noch mal 20 min extra laufen weil ich möchte ich möchte mir selber nichts verbieten aber auf der anderen seite möchte ich trotzdem auf mich achten ganz einfach grundregel für mich deswegen gehe ich jeden tag laufen egal wie kalt egal wie warm egal welche uhrzeit jeden tag vorm schlafen nach dem schlafen spielt keine rolle immer das ist sehr 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 gut finde ich dazu also viele schuften halt ihr leben lang um sich ein schönes leben im alter zu beschaffen aber dadurch dass sie halt ihr leben lang geschuftet haben haben sie gar nicht mehr die gesundheit um das geld dann im alter auszugeben so ja deswegen muss man muss das so ein bisschen abwägen ich kann euer geld noch ausgeben chat okay stellt ihr den plan zur verfügung hat tim gefragt ja so kannst du kannst du machen ich hab da jetzt nichts gegen ist jetzt nichts ist jetzt kein kein betriebsgeheimnis sage ich mal der plan also kannst du gerne zur verfügung stellen ist nicht meins ist deins das ist dein das ist dein geistiges gut ich habe damit nichts zu tun du kannst das gerne teilen also wenn ihr ich sag mal so der plan ist halt gut für jemanden der viel sitzen muss oder viel sitzt der plan ist halt in diesem fall ein basic plan um sozusagen ist training reinzukommen später wird das bisschen mehr an dieses ziele angepasst die wir besprochen haben aber um sage ich mal seine ziele sind so wenn sie beim thema bilder bildhafter vergleich sind sind das haus und das ist das fundament so ohne fundament kein haus beziehungsweise ohne fundament kein gutes haus kannst du theoretisch reinstellen und ich hab da jetzt nichts gegen noch mal das ist nicht mein eigentum das ist deins du darfst ich erlaube dir das court ist da du kannst das alleine reinmachen ich will ich möchte deinen ruhm nicht abgreifen das ist dein ruhm sorry denk übrigens dann alle können da drin editieren by the way da solltest du vielleicht den link noch mal ändern dass die leute da drin nicht editieren können ich oder ich screenshotte den einfach und stelle den als bild rein ja oder so kannst du auch dann haben wir hier noch von stem cell wenn ich einen tag lang vier stunden beach volleyball spiele und den anschließenden tag auch ist mein rechter schlagarm schwächer was kann ich tun um das zu ändern krafttraining mache ich dreimal die woche also es liegt eher wahrscheinlich daran dass er sich nach also dass da haben sich nach einem tag nicht erholt hat ich glaube da kannst du tatsächlich kannst du wahrscheinlich gar nichts machen um das irgendwie besser also stark zu verbessern vor allem wenn du krafttraining machst überlegen ob man das nicht anders aufteilen kann also ob das nur jetzt zwei tage nacheinander geht ansonsten vielleicht die kraft trainings bisschen anders gestalten oder auf andere tage legen ist jetzt die frage wie deine kraft trainings halt gemacht werden ich vermute jetzt mal stark dass es daran liegt dass es vom vortag einfach noch erschöpft ist also dass dein arm einfach vom vortag noch erschöpft ist und sich nicht genug regeneriert hat und deswegen schwächer ist jetzt wie gesagt die frage wie ist dein training gestaltet jetzt kommt noch mal ein bisschen was in richtung ernährung wenn ich ohne training zunehmen will welche gesunde mischung von kohlenhydraten fette eiweiß brauche ich ich bin gerade bei circa 50 prozent eiweiß 25 kohlenhydrate fette die mischung ist völlig egal ehrlich gesagt also prinzipiell lohnt es sich immer eiweiß zu essen erhöht eiweiß auch zu essen um zuzunehmen musst du mehr kalorien zu dir nehmen dass du so also was gewichtsregulierung angeht egal ob abnehmen oder zunehmen geht es immer um die kalorienbilanz willst du zunehmen brauchst du mehr kalorien als du verbrauchst willst du abnehmen aus weniger kalorien als du verbrauchst rein theoretisch kannst du nur kohlenhydrate essen und trotzdem ab oder zu nehmen je nachdem da ist die aufteilung tatsächlich mehr oder weniger relevant aber für dich für die neue nährstoff verteilung würde ich sogar sagen also oder an sich eiweiß immer an erster stelle eiweiß super wichtig dann fette vor allem gesunde fette und zum schluss mit kohlenhydraten auffüllen oder durch kohlenhydrate regulieren wenn du jetzt keine ahnung dich so ernährst und du ist sagen wir mal jeden tag um es rechnerisch leicht zu machen du ist jeden tag eine schale reis machst du einfach einen löffel in die schale reis und schmeißt den sozusagen hinter dich weg dann hast du deine kalorien reduziert also wenn du das gewicht hält und dann machst du einen löffel reis weg auf dauer wirst du damit gewicht reduzieren dann machst du vielleicht zwei wochen später noch ein löffel weg noch ein löffel weg und so weiter und so fort falls man jetzt nicht zählen möchte muss halt schauen wenn du dein gewicht gerade hält musst du irgendwo die kohlenhydrate ein bisschen reduzieren falls du keinen bock hast das zu checken weil ich kann mir vorstellen die wenigsten haben bock zu checken also nicht mal ich ja bock zu checken macht mir sorgen ja also guck einfach dass du irgendwo zwischen 1, ja wenn du keinen sport machst vielleicht irgendwo 1,2 und 1,8 gramm eiweiß pro körper kilogramm liegst da gibt es da gibt es halt unendlich viele möglichkeiten aber ich würde tatsächlich eher dazu raten kraftsport vielleicht doch ein bisschen zu machen also es ist besser muskeln zuzunehmen als fettmasse ist halt gesünder oder beziehungsweise muskeln bringen dem körper mehr als fettmasse was für übungen gibt es gegen ein hohlkreuz und hundrücken ach jetzt liest du selber vor okay dann ja ich sehe es ja ja ist okay okay äh hohlkreuz was ich erwähnt habe auf jeden fall hüftbeuger dehnen weil der kann am unteren rücken sozusagen ziehen dadurch entsteht ein hohlkreuz bauch kann durchaus zu schwach sein beim hohlkreuz ähm unteren rücken dehnen und die arschmuskulatur trainieren also bauch arsch trainieren hüftbeuger unteren rücken dehnen und rundrücken auf jeden fall sowas wie die facepuls machen oder ruderbewegung also auf jeden fall irgendwas nach hinten ziehen so dass die schultern hinten zusammen gehen brustmuskulatur auf denen heißt aber nicht dass man irgendwie brusttraining vernachlässigen soll also am besten halt alles trainieren aber das sind so die dinge die man nochmal speziell mit reinnehmen kann weil ja lohnt sich nicht irgendwelche muskeln wegzulassen nur weil das wird sich mit der zeit dann einpendeln an sich überlegen warum hast du diese haltung und vielleicht daran arbeiten also nicht unbedingt direkt das akute problem beheben sondern auch die ursache analysieren ich vermute mal durch viele sitzen was da helfen kann also an alle die viel sitzen versucht halt nicht einfach nur starr den ganzen tag zu sitzen steht mal auf bewegt euch ein bisschen setzt euch wieder hin mal jede stunde für fünf oder zehn minuten mal kurz bewegen das bringt dem körper mehr oder wenn ihr sitzt nicht einfach nur so sitzen vielleicht mal irgendwie bisschen zur seite drehen mal den hier machen mal nach hinten nach vorne und so weiter und so fort macht sowas mal aufstehen bisschen bewegen das bringt wahrscheinlich für die haltung zum teil mehr als jetzt einfach nur spezifisches training zu machen weil nur weil du oder wenn du jetzt zehn stunden oder acht stunden sitzt und nur weil du dreimal die woche jeweils eine stunde trainierst wird es bisschen schwierig den acht stunden pro tag entgegen zu wirken also währenddessen schon überlegen was kann man für die haltung tun und also zusätzlich zum training dann aber das wären so die übungen tim hat gleich noch mal eine rausgehauen macht es einen unterschied ob ich wie zum beispiel diese sieben mal 20 minuten laufe oder dreimal die woche 30 minuten auf dem ergometer bin also unabhängig davon dass eine 140 minuten und das andere 90 minuten macht keinen unterschied kannst du so also solange du nicht irgendwie über eine stunde jeden tag joggen gehst weil das kann in die erschöpfung gehen kommt dann so ein bisschen individuell drauf an aber wenn du jetzt dreimal die woche 30 minuten auf dem ergometer bist ist okay das ist in ordnung kann man so machen muss nicht jeden tag sein muss jeder für sich selbst entscheiden für alle zum verständnis es muss spaß machen wenn es jemand kommt es macht mir spaß auf der couch zu liegen ja gut dann macht es ja halt spaß vielleicht irgendwann ungesund zu sein aber es muss im endeffekt spaß machen wenn du bock hast irgendwie an der stange zu tanzen dann mach es halt es ist halt besser ist nichts zu machen so als extrem beispiel wenn du bock auf yoga hast mach yoga yoga ist besser als kein yoga oder yoga ist besser als nichts es muss nicht unbedingt hier gym sein oder irgendwie krasses kraft workout ja das mit bändern ist eine gute alternative ist sehr gut fürs kraft training kann man sehr gut machen sehr gut in den tag integrieren weil ich einfach auch mitbekommen habe vor allem jetzt durch corona viele wollen dann eher zu hause trainieren oder irgendwie draußen was auch völlig legitim ist und spaß machen kann und sehr günstig ist muss aber nicht sein also wenn man bock auf kampf sport hat soll man kampf sport machen hat man bock in liner zu fahren fahr in liner müssen wie schon erwähnt also etwas zu tun ist besser als nichts zu tun ich hasse auch das gym wie die muss man also ich muss die ganzen disco pumper da immer ist mir nicht aber die die ins gym gehen wollen also an die mädels zum beispiel wenn ihr euch nicht unbedingt präsentieren wollte und an die jungs wenn ihr nicht unbedingt nur oberkörper trainieren wollte geht vielleicht in ein gym was etwas teurer ist aus eigener erfahrung also wenn man dann so keine ahnung 30 40 euro im monat blech dann hat man noch ein ganz anderes publikum wollt ihr euch angaffen lassen dann solltet ihr vielleicht in ein günstiges studio gehen muss jeder für sich selbst entscheiden aber nur so als grobe empfehlung weil ich habe bisher in studios gearbeitet die etwas sag ich mal gehobener sind wo man dann so 40 aufwärts bezahlt hat da war das publikum auch dementsprechend da hast du dann ja nicht die halbstarken menschen gehabt oder nicht die gehabt die irgendwie ins gym gehen nur um sich zu zeigen und dann sich wieder verpissen da habt ihr da habt ihr auch bessere betreuung ich arbeite den halben tag am pc und gehe regelmäßig klettern jetzt fühlt sich manchmal mein handgelenk an als ob ich einen muskelkater jetzt aber muskelkater hat je nach halteposition ich befürchte eine verformung von rsi kann man irgendwelche übungen machen um etwas vorsorge zu betreiben an sich wie schon erwähnt ich würde auf jeden fall mobilisieren handgelenke mobilisieren also alles was irgendwie hier handgelenkt so komplett drehen ja regelmäßig vor allem vor den übungen oder wenn du am pc sitzt oder vor dem vor dem klettern gehen unterarme denen immer gucken und entscheiden was ist das für ein schmerz also ist das kommt der schmerz durch die dehnung oder kommt der schmerz weil irgendwie problematik kriegt denen wir halt also einmal so den du die seite oder beziehungsweise genau umgekehrt damit kannst du wissen was machen wenn es nicht weg geht auch hierbei zum arzt gehen ich bin kein arzt ich kann da jetzt keine diagnose stellen und sagen was was tatsächlich das problem ist aber mit solchen den übungen und mobility übungen wird man wahrscheinlich nichts schlechtes anrichten das sind die bewegungen die eigentlich der körper sowieso beherrschen sollte damit kann man es probieren wenn es nicht besser wird zum arzt dehnung am besten immer im anschluss an das training mobility kannst du eigentlich immer machen ok einer haben wir noch was sind die besten nährstoffbomben nährstoffbomben kommt kommt halt darauf an welche nährstoffe gemeint sind grundlegend ja also vitamine mineralien halt obst gemüse das sind krasse nervstoffbomben paprika soll extrem gesund sein was vitamine zum beispiel angeht spinat ist sehr krass eiweißbomben eiweißbomben lupinen sind sehr heftig was eiweiß angeht ja hähnchen ist eine sehr gute eiweißquelle holenhydrate halt alles was irgendwie vollkorn ist und fette irgendwas was auf jeden fall omega 3 hat also zum beispiel walnüsse sind sehr gut würde ich nur vielleicht nicht in übermengen essen ähm lachs ist sehr gut hat sehr viel omega 3 und eiweiß ähm an sich hülsenfrüchte sind sehr gute nährstoffbomben also alles irgendwie ähm hab ich die dings vergessen also so kichererbsen sind auf jeden fall gut erbsen ähm linsen linsen sind auf jeden fall eiweißbomben solche geschichten also ich hoffe das ist die frage wie du sie gemeint hast ansonsten musst du sie spezifizieren mehr fragen haben wir nämlich auch gar nicht aber wir haben auch schon wieder anderthalb stunden rum das geht so schnell immer ne das ist das ist echt krass er ist auch schwierig alles so sehr allgemein zu halten um nicht zu krass äh abzudriften das stimmt ja ja weil das sind halt so themen da kann man vor allem wenn es spezifisch wird wird es immer schwierig ähm für alle vielleicht am anfang nicht erwähnt also ich äh kenn mich zwar mit so mit den groben themen aus aber ich selbst habe für mich beschlossen dass ich mehr auf menschen eingehen möchte die viel sitzen vor allem gamer ich bin selber gamer das heißt ich kenn auch die problematik von gamern ähm und leute die im büro halt viel arbeiten haben ähnliche probleme wie gamer das heißt auf die menschen will ich mich auch konzentrieren ich habe zwar zum beispiel ein athletik trainer aber ich habe so athletik training nur bedingt gemacht also wenn jetzt jemand wenn jetzt ein leistungssportler oder hochleistungssportler zu mir kommt und sagt sie sollen trainieren habe ich keine ahnung davon würde ich auch dann wegschicken ich will jetzt nicht alles irgendwie abgreifen und habe für mich deswegen passt das hier auch ganz gut für mich einfach beschlossen und ich möchte sitzende menschen büro menschen gamer das ist das was mir spaß macht das ist die zielgruppe die mit der ich mich halt sehr gut identifizieren kann die sich dann auch wahrscheinlich mit mir sehr gut identifizieren kann ja wenn jetzt jemand sagt der will dickeren arm haben kann ich ja auch helfen aber nicht auf dem leistungssportniveau oder wenn jetzt jemand aus dem reha kommt kann ich damit wahrscheinlich auch nichts anfangen ich möchte dickere finger haben fingerbizeps ok training absolviert heute training absolviert niemand hat mir das lenkrad geklaut ich gehe gleich rüber ins lenkrad aber es gibt halt zwischendurch immer noch mal andere sachen der sie macht nicht immer nur rennfahren sondern auch zwischendurch mal aufklärungsarbeit okte du musst gewichte dranhängen da gibt es tatsächlich im asiatischen raum spezielles training dafür vielleicht mal videos dazu angucken soll funktionieren kann ich aber nicht bestätigen nie gemacht kann es aber auch nicht nicht bestätigen so ah ja ja wollen wir denn äh die thematik für den heutigen tag äh schließen weil äh fragen sind jetzt nicht mehr da ansonsten auf äh bei bei discord falls irgendwie nur fragen nach präglich sind äh hast du ja ein channel eingerichtet kann man da ja wieder reinstellen ich stelle den trainingsplan dann da rein ich mache ein screenshot davon und ich glaube das hast du letztes mal vergessen wir haben ja zum thema nährstofftabelle ich habe doch so eine tabelle erstellt gab mit eiweißquellen und kohlenhydratquellen die kann ich auch screenshotten da rein stellen das wäre prima dann stelle ich jetzt nämlich meine bänder rein und die ganzen sachen die ihr haben wolltet moment ich schaue ich finde machst du im gleichen channel dann also ernährungsfragen oder ja genau würde ich sagen ok ja euch da jetzt mit rein den channel können wir eigentlich mal umbenennen ernährungsfragen ja wie gesagt wenn ihr noch fragen habt dann äh schreibt das in den channel rein ich würde mir das angucken und dann dort beantworten und äh ja trainingsplan und die nährstoffe stelle ich da rein den channel nennen wir mal um und nennen den mal äh äh gesundheit ha gesundheit gesund heiz wagen kann man äh klammern machen ja ne kann man nicht ich mache einfach sport und ernährung fertig oder so ja sport ernährungs fragen so chat da ist jetzt alles drin umbenannt genau da sind die bänder drin und da kommt das äh kommt der rest dann auch rein ist die uhrzeit wichtig wenn man sport wenn man zum sport geht da ich schichtdienst habe sind geregelte zeiten nicht drin nee ist egal ist genauso wie essen ja richtig und gilt wiederum besser machen als nicht machen also wenn es jetzt durch schichtdienst nicht funktioniert dann machst du halt so dass es eben funktioniert dann nimmst du die zeiten ebenso wie es klappt also das ist das sind so kleinigkeiten die vielleicht irgendwo im hochleistungssport tatsächlich sinn ergeben da du aber vermute ich kein hochleistungssportler oder sportlerin bist ist egal also ganz zu machen wie du bock hast auch so bei ernährung ja so dieses kleine tüpfelchen da ist völlig irrelevant für uns normale menschen du hast alles verpasst du hast alles verpasst ich hocke fast jeden okay das ist das letzte ding jetzt schon ich hocke fast jeden tag im auto kann man da kann man da was machen außer bei meckes bremsen alles ja es ist jetzt ein bisschen zu zu allgemein gefragt also die sache wie viel zeit hast du hast du zum beispiel zeit hin und wieder mal irgendwo anzuhalten um einfach mal die beine zu vertreten also ich kann zum beispiel nicht lange auto fahren das geht bei mir nicht ich krieg rückenschmerzen ich hab selber rückenprobleme ne ich hab rückenprobleme das haut mich richtig aus den socken wenn ich eins mache dann aber tausend kilometer auto fahren alter das geht bei mir gar nicht ich äh wenn ich irgendwie 300 kilometer fahre muss ich wahrscheinlich 3-4 mal anhalten ey das haut mir den rücken voll aus den socken und ich krieg's nicht geregelt obwohl ich da schon alles äh dafür mache ähm ich steig dann aus vertrete mir die beine keine ahnung 5-10 minuten dann fahre ich weiter also wenn das geht testfahre beruflich dann musst du drum herum schauen wie du das halt gestalten kannst an sich gilt bewegen irgendeine art von bewegung also irgendwo wo du nicht in der sitzenden position bist irgendwas wo du was anderes machst wo du aufstehst und dir die beine vertritt wenn das nicht während der arbeit geht dann danach oder davor oder beides also vladi wenn ich dir jetzt auch mal einen tipp geben darf falls du das mit dem autofahren ändern möchtest sim racing ändert da einiges äh da kann man sehr viele kilometer irgendwann fahren ohne kann sein äh einfach zur erklärung ich hab ne ähm bandscheiben vorwölbung das ist die vorstufe zum vorfall äh und ich hab letztes Jahr noch die Diagnose bekommen ich hab ne Wirbelsäulendegeneration die erst im späteren Alter eigentlich eintreten sollte bei mir aber jetzt irgendwie schon eingetreten ist also verstärkte ähm verstärkte Abnutzung sozusagen der Wirbelsäule und da kann man vermutlich nichts gegen machen außer halt kräftigen et cetera also man kann es nur hinaus zögern aber nicht äh heilen oder verbessern wie auch immer und das krieg ich aktuell nicht so geregelt dass es mich nicht beeinflusst und äh um euch den Schweregrad zu erklären ist zwar persönlich aber ich hab da keinen Skrupel irgendwie mit oder ich hab kein Problem das zu erzählen ähm es zieht manchmal so sehr im Rücken oder es drückt vermutlich mal auf den Nerv das ist warum ich überhaupt zum Arzt gegangen bin weil als Mann macht man sich da Sorgen dass es mir bis in den linken Hoden rein zieht und da macht man sich dann auf einmal Gedanken und denkt sich was zum Teufel ist das ja da macht man sich halt nen Kopf also also wenn es an die Hoden geht dann ist vorbei also alles andere ist egal ja dann ist vorbei aber wenn es an die Hoden geht da ist alles da gehen wir dann rein also ich glaub das kann jeder Mann bestätigen jetzt wenn es in den Eiern zieht dann muss man sich muss man muss man sich halt Gedanken aber nur so als wenn man sich halt überlegt wie bescheuert das ist ich hab eigentlich Rückenprobleme das zieht mir aber bis vorne so ans Gemächt und äh ist halt sehr unangenehm deswegen versuche ich dann natürlich alles mögliche zu machen weil das auf Dauer sehr nervig ist äh rasender Stillstand äh für dich wärs glaub ich vielleicht ganz ratsam wenn die Folge bei YouTube kommt dir die ganze Folge nochmal anzugucken weil äh wir gehen auf dieses Daily Zeug äh am Anfang der Folge ein wir würden uns jetzt da quasi wiederholen also Stichwort Mobility Workout zum Beispiel wär glaub ich für dich ganz ganz wichtig öfter Mobility ja macht mehr Mobility bewegt euch mehr werkt euch bisschen bewegen ist besser als nichts oder als gar nichts zu bewegen also da gibt es dann auch ganzen Trainingsplan und bisschen was dazu erklärt rasender Stillstand also wie gesagt wir müssen ja jetzt nochmal wieder zwei Stunden zurück oder anderthalb und alles nochmal erklären ja also für alle die jetzt dazugekommen sind das eventuell verpasst haben das wird es auch bei YouTube geben wir haben schon zwei Folgen draußen äh wir reden auch schon einmal über Ernährung so und einmal grundsätzlich um die Sachen und äh heute kommt dann also die nächste Folge bei YouTube wird dann äh äh wird dann Training von zu Hause sein oder einfaches Training was man machen kann ob denn zum Beispiel nur 20 Minuten laufen ähm Problem sind oder das nicht reicht oder was auch immer und arbeitet am Mindset du bist Physiotherapeut ja Mingnox dann äh vielleicht machen wir mal Physiotherapeut äh Edition ich meine ganz ehrlich Leute ich weiß nicht äh inwiefern euch das was bringt ich glaube äh das Video kommt noch die Videos kommen bei YouTube alle ja also ich sag mal so ganz ehrlich ich mach das jetzt hier eigentlich nicht um irgendwen zu influencen sondern glaube ich eher so als Aufklärungsarbeit für euch äh ich bin glaube ich größerer Fan von Aufklärung anstatt äh Meinungsmache und äh ich hoffe wirklich dass das einigen von euch hilft also ich denke mal viele von euch sind ja auch schon sportlich aktiv und äh andere wiederum noch gar nicht und äh eventuell so einen kleinen Weg zu weisen ähm ist äh vielleicht gar nicht mal so ein so ein schlechter Ansatz also wie gesagt es geht hier nicht darum äh groß sich irgendwie darauf einen runter zu holen was man geschafft hat sondern eventuell Wissen weiterzugeben was man sich angeeignet hat damit Menschen äh sich vielleicht mal bewegen und was machen können weil ganz ehrlich wenn ich rasenden Stillstand lese dass ähm dass ihm die Hüfte weh tut und äh der Nacken vom Auto fahren dann finde ich das schon ziemlich traurig weil man das relativ einfach beheben kann würde ich jetzt mal sagen mit so eins oder präventiv da vorgehen kann genau genau zum Beispiel also äh würdet ihr Simracing als Sport betiteln? ja also meine Waage sagt ja ja Simracing ist aber sowas von äh also jeder der sagt dass das kein Sport ist der fährt wahrscheinlich ein Thrustmaster Lenkrad oder so also ja das beste Beispiel ich sag's immer wie es ist sind meine Beine jedes Mal wenn ich die Vladi zeige dann fang die ja ich kann's bestätigen ich trainiere seit äh elf zwölf Jahren und der hat krassere Waden als ich und ich fahre nur Simracing also ja auf jeden Fall das macht eine Menge das macht äh eine Menge ja mich würde mal so mich würde mal so interessieren mich würde mal so interessieren oh ist schwierig also selbst die Uhr wird das nicht genau zeigen können ehrlich gesagt ich glaub die wird übers Ziel hinaus schießen ich weiß nicht was zeigt einer an also warte mal wir gehen mal kurz ins 24 Stunden Rennen okay also ich guck mal schnell nach was ich an dem Tag vom 24 Stunden Rennen an Kalorien verbrannt habe laut Apple Watch laut Apple Watch das war am Samstag ich habe am Samstag 4445 Kalorien verbrannt ich war laufen und äh ich war laufen und hatte Sport also zwischen 12 und 18 Uhr und dann zwischen 23 und 24 Uhr das sind so die Dinger die ich gefahren bin ist aber nur Uhr by the way ist nur Uhr ne das nicht vergessen also es ist nur ein Richtwert und am Sonntag äh Sonntag bin ich auch noch gefahren habe ich nochmal 4310 verballert dazu also ich habe theoretisch von Samstag auf Sonntag laut Uhr ist nur ein Richtwert 8000 Kalorien verknallt könnte könnte sogar vielleicht nicht hinkommen bisschen schwierig man muss halt überlegen beim ähm du bewegst dich zwar permanent und dauerhaft und du hast vor allem ähm auch sag ich mal psychische Spannung die auch Kalorien verbrennt aber du bewegst dich nur bedingt wenn man das jetzt zum Beispiel mit Spazieren oder mit Laufen oder so vergleicht ja die Beine werden ja nur bedingt bewegt die Arme werden bedingt bewegt deswegen ist es schwierig abzuwiegen oder abzuwägen ob das tatsächlich so viel verbrennt oder nicht aber als Richtwert ja kann man sich dran halten ich sag mal so wenn man Ergebnisse liefert oder wenn man sich äh verbessert wie auch immer und äh es funktioniert ja und du verlierst Gewicht also ist es ist ich weiß nicht spielt das dann eine Rolle wie viel man dabei verbrennt also hingegen zum Beispiel an einem Dienstag ne an einem Montag Montag hatte ich frei Montag war ich nur laufen hab ein bisschen Käse gemacht 897 Kalorien Dienstag bin ich ein bisschen gefahren und äh gelaufen 3100 ja ja Mittwoch mitfahren 3200 Donnerstag gestern gestern sind wir gefahren ne gestern haben wir nicht viel gemacht nur 900 und heute schon ohne also ohne laufen also ne mit laufen und noch nix gemacht 1100 also wie gesagt als Richtwert Simracing ist Sport Leute also ganz ehrlich wenn ihr wirklich wenn ihr wirklich wirklich Spaßsport haben wollt dann setzt euch in so ein Ding rein du schwitzt wie ein Schwein dein Körper ist ständig unter Spannung äh deine Beine werden trainiert auch dein Rücken wird trainiert und dein unterer Muskel weil du halt immer am Bremsen bist du musst ein bisschen als Ausgleich was machen logischerweise damit dein Körper sich stabilisiert ähm und das ist nicht so unwichtig aber es es haut auf jeden Fall rein das haut auf jeden Fall rein das ist glaube ich auch so für für den Kopf ist es auch ein gutes Training Reaktionszeit kann man verbessern ähm an sich so Stresssituationen oder mit Stress umzugehen weil das ist ja Druck der auf einem auch herrscht also auch aus der sag ich mal Sicht betrachtet kann das äh viele Vorteile bieten also wenn man die Möglichkeit hat auf jeden Fall und dann alle die ne Uhr tragen wollen und äh männlich sind und Rechtshänder sind trägt die auf jeden Fall auf der linken Hand nur so als äh Tipp des Tages Yay wieso Fappen Fappen ist entschieden oder wie das zählt dann wahrscheinlich das Sprinten ist halt wirklich so ich bin Linkshänder dann ist okay aber weißt du was die Apple Watch ist so klug die kann das so einigermaßen auseinander halten das war so das erste Mal so wo ich mir eine Uhr geholt habe und dann ja links oder rechts und dann so überlegt so logisch überlegt so ich glaube ich zieh die lieber links an ich weiß nicht wie das dann gerechnet wird weil ähm während meiner Ausbildung hat der Dozent also nicht dazu was erzählt aber der hat gesagt der hat die äh halt rechts angezogen hat dann Fliesen verlegt und dann hat ihm das angezeigt als hätte er vier Stunden irgendwie Sprint hingelegt deswegen da falls jemand testen möchte äh gern dann äh bei Discord kurz Feedback geben ob das äh so funktioniert oder nicht das funktioniert ok rein aus neu also meine alte Fitbit hat das richtig mitgetrackt bei der Apple Watch ist das nicht so die Apple Watch äh trackt das nicht äh so viel mit also und dann schön schön Influencer irgendwo posten so ich hab heute vier Stunden Sprint gemacht ne wo alle so boah krass was muss ich machen um so heftig zu werden ich hab keine extra Apps by the way ich benutze das hauseigene von Apple weil also Apple hat wirklich äh äh die sind sehr gut also ich bin jetzt die sind sehr sehr gut ja ich bin jetzt also ich benutze keine Apple Produkte aber ich hab mich ein bisschen informiert was die Apple Watch angeht die ist fast immer glaube ich Platz eins also die ist immer sehr weit oben dabei ähm die haben sehr gute Geräte und vor allem sehr gute Apps also da kann man echt nichts gegen sagen ansonsten prinzipiell wenn man nach Uhren guckt äh Garmin haben sehr gut vor allem was sportspezifisches Garmin haben sehr gute Uhren das stimmt ja Garmin ist auf jeden also wenn Sport dann auf jeden Fall Garmin die sind da wenn Allrounder also Smartwatch dann eher Apple ansonsten wenn man jetzt keine Apple Produkte mag ich glaub die Galaxy Watch soll auch nicht schlecht sein das weiß ich das kann ich nicht sagen das weiß ich ich auch nicht nur äh recherchiert geguckt aber ich selbst hab ne Garmin gehabt irgendwann hab also aktuell trage ich keine Uhr aber ich selbst hab ne Garmin gehabt weil ich das wie gesagt sportspezifisch halten wollte und äh sehr gute Dinge also kann man echt nicht meckern jo so machen wir Feierabend weil ich geh jetzt gleich Renn fahren ach so vielleicht solltest du mit deinen Zuschauern weil oft Fragen kam ähm mal Dings machen weißt du so ne Folge so mental mentale irgendwie so Tipps ich glaub das wär für viele auch interessant und du bist da auf einem guten Stand ich weiß nicht also ich möchte extra ich sag das mal immer äh ich sag das mal frei raus Chat okay ich hab weder also ich hab kein Studium abgeschlossen ich hab kein Wissen äh über jegliche Sachen und ich hab mich nirgendwo reingelesen ich kann euch immer nur das sagen was ich mache ob das der allgemeine Lösungsweg ist weiß ich nicht keine Ahnung ne so aber ich mein so eigene Erfahrung hilft teilweise vielen schon so so deine Herangehensweise kann dann jemand abwägen und sagen okay das ist etwas was ich mir auch vorstellen kann oder ne vielleicht nicht kann man sich halt dann sag ich mal anderweitig umschauen aber du so aus meiner Sicht jetzt sag ich mal wie du das immer erklärst find ich äh sehr gut und ich glaub das ist auch für ähm die Menschen hier sehr verständlich und äh weil die Frage halt oder die Fragen öfter jetzt mal aufgetreten sind was äh ja so Mindset angeht also ich mein ihr könnt mich sowas immer fragen also ihr könnt mich jederzeit sowas fragen ich bin über jede Frage in einem Stream dankbar weil dann hab ich was zu erzählen weil ich sag mal so sich jeden Tag mehrere Stunden Sachen aus dem Arsch leiern ist irgendwann äh ziemlich schwierig deswegen freu ich mich auch immer wenn der Chat sehr aktiv ist und Menschen halt Fragen stellen und so dann also wir können uns über alles unterhalten so also wie gesagt ich bin muss ich dazu sagen kein kein äh ich hab weder Studien abgeschlossen noch irgendwas anderes in die Richtung macht sondern ich spreche mit meinem Körper das klingt super dämlich aber ich glaub ich habe gelernt mit meinem Körper zu reden das ist das Beste obwohl es so sag ich mal banal und äh einfach klingt aber der Körper weiß halt also mein Körper weiß besser was für mich Gutes als sag ich mal irgendjemand man kann sich aber halt irgendwo so Strategien abgucken und eventuell abwandeln ansonsten prinzipiell für alle einfach mal recherchiert bisschen nach Mindset da gibt es hochviele Videos und da ist für jeden was dabei aber nur so jetzt aus meiner Sicht diese hat das bisher sehr gut gemacht äh und euch traut euch einfach stellt eine Frage irgendwie zum Mindset was auch immer es ist außer es ist irgendwas was so ziemlich tief in die Materie geht und vielleicht keine Ahnung also Depression ist halt keine Mindset Frage jetzt als Extrembeispiel da sollte man dann tatsächlich zum Experten gehen da kann ich äh auch das geht eher so da würde ich mir auch nicht anmaßen irgendwas dazu zu sagen also es gibt Themen da sag ich euch dann auch ganz klar so Richtig sorry da bin ich raus aber wenn man irgendwie mal einen schlechten Tag hat oder mal irgendwie einen blöden Lauf sag ich mal und sich so ein bisschen deprimiert fühlt das ist zum Teil kann es eine Mindset Frage sein und äh traut euch auf jeden Fall und stellt hier die Frage diese hat es bisher sehr gut gemacht so Props an dich Köschen aufs Nüsschen so darf ich jetzt Autorennen fahren gehen Trainer ja du darfst ich erlaubst dir du musst die Pizza von gestern verbrennen Maga das habe ich schon gemacht ich bin heute Morgen aufgestanden und habe schon wieder Hunger wie Sau also ich glaube mein der ist hochgefahren der brennt die Scheiße einfach so schon durch dann ist gut außerdem war ich schon laufen heute fünf Minuten länger als geplant wow wow okay ich habe nichts gesagt ich nehme alles zurück was ist mit dir morgens aufstehen Zähne putzen Pullover an und Rinder unten hast du gut gemacht wolltest du das hören hast du sehr gut gemacht ich bin stolz auf dich nein ach Quatsch schlägt mir im Arsch das mache ich für mich selber ich brauche von dir nicht den Arsch gepudert so Chat danke Vladi Chat danke dass ich dabei sein durfte immer wieder hat mich sehr gefreut ich hoffe ich konnte euch ein bisschen Einblick gewähren und ein paar Dinge zeigen die für euch relevant sind Dankeschön die Sachen sind im die Sachen sind alle im Discord gleich und dann könnt ihr euch die da angucken wieso trainierst du immer im Pulli kann ich dir sagen weil ich mehr schwitze und schwitzen geil ist Punkt ist einfach ein Körperfeeling ist eine Einstellung meine Einstellung ist immer im Pulli zu trainieren oder wie Vladi immer sagt sich oberkörperfrei angucken muss man sich erstmal verdienen Mindset Mindset verdienen ist besser als bestrafen also Belohnung ist besser als Bestrafung oder Verbot Schwitzen ist das A und O Schwitzen ist auch ein positives ok kurz drauf geantwortet Schwitzen ist für mich ein super super wichtiger Anhaltspunkt um rauszufinden ob ich gut trainiert habe oder nicht es ist kein Indikator dafür ob du gut trainiert hast oder nicht aber es ist ein positives Mittel dich dahin zu bewegen dass du weißt dass du was gemacht hast wenn ich jetzt das nicht tun würde also ich meine ich gehe in kurze Hose immer noch laufen es ist gerade aktuell sehr kalt aber für mich ist es wichtig dass wenn ich 20 Minuten laufen war ich geschwitzt habe heute habe ich ab 16 Minuten erst angefangen zu schwitzen also habe ich noch 5 Minuten rangehängt um das zu intensivieren ist quasi eine positive Sache in deinem Kopf aha ich habe geschwitzt ok also habe ich was getan und dadurch trainiere ich immer im Pullover egal ob 30 Grad ob 10 Grad 18 aber ich trainiere immer im Hoodie immer außerdem muss es sich auch lohnen Wäsche zu waschen wenn du nicht schwitzt dann lohnt es sich nicht die Wäsche zu waschen ganz einfach sehr schön erklärt da nochmals kurzer Einwurf ähnlich wie mit Muskelkater also es ist kein Indikator dafür dass irgendwie Training gut oder schlecht ist aber es fühlt sich einfach geil an ja also für einige zum Beispiel ich mag so ein leichtes Gefühl von Muskelkater und schwitzen ist so ähnlich nur weil man jetzt schwitzt heißt es nicht dass es irgendwie das beste Training ist aber wenn man für sich persönlich sagt ich muss beim Training schwitzen das ist so mein mein sag ich mal Ziel am Ende des Trainings klar warum nicht also wenn man es geil findet oder wenn man sich da irgendwie dran so hält bei mir ist es eben so ein bisschen Muskelkater so am nächsten Tag leicht Muskelkater geil außerdem jetzt kommt noch ein bisschen Anatomie von der Sonne das habe ich bei Batman gelernt das klingt doof ist aber wirklich so wenn die Brust warm ist ist dein Körper warm das heißt wenn du hier oben in der Herzregion wenn alles warm ist pumpt dein Herz vernünftig und dadurch ist der Rest deines Körpers warm und weil man ja oft wenn man draußen trainiert also so wie ich und da ist windig und der ganze Kladderadatsch und du kalte Füße hast oder kalte Hände kann dir das auch nicht passieren weil dein Oberkörper immer warm ist das heißt du könntest theoretisch auch bei minus 20 Grad trainieren solange dein Oberkörper warm ist kannst du auch in kurzer Hose draußen sein und es ist hier trotzdem warm weil vernünftig Eis gepumpt ist das ist ein positiver Nebeneffekt richtig und jetzt gehe ich kurz AFK dass ich das da drüben anmachen kann wir können gleich noch weiter schnacken Chat wir haben heute noch ein bisschen Chat vor uns also ein bisschen Zeit und äh wie gesagt ihr könnt mich gerne alles fragen hab ich kein Problem ich versuche mit meiner Erfahrung zu antworten und dann äh gucken wo die Reise hingeht Bladi? jawoll dann wir sehen uns nächste Woche wünsche ich auf jeden Fall genau wir sehen uns nächste Woche entspannte Woche nächste Woche na klar ach stimmt wir haben ja entspannte Woche nächste Woche ja man Urlaub Urlaub wie langweilig ey ah du wirst dich freuen weil danach geht es richtig los ach stimmt gibt es ja neue Übung ne äh ja geil richtig bang drücken endlich Gewichte schmeißen wuuh und äh auch äh mehr Bänder und sowas also es wird schwieriger auf jeden Fall vom von der Intensität wuuh aber lass dich überraschen na ich du ich freue mich drauf es wird schön sehr schön also danke nochmal dass ich dabei sein durfte hat mich auf jeden Fall gefreut und äh für weitere Fragen einfach dann äh im Discord schreiben ich guck's mir an und beantworte die so genau wie möglich alrighty Chat Dizzy ich wünsche euch was viel Spaß noch Tschüss Ciao